Ich glaube, hier war der Typ in der Kirche. Oh. Hallo? Oh ja, ich habe eine Menge Macht. Ich kann das Spektralross rufen. Die geisterrufende Glocke. Asche der einsamen Wölfe. Oh, damit kann ich da... Okay. Okay, das sind die Summons. Ich dachte, sie würde mir Zauber verkaufen. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ehrlich gesagt. Er verkauft nichts Neues, wie mir scheint. Und ich kann meine Waffe nicht weiter verstärken. Ich vermute... Was? Gott, mir fehlen alle Ressourcen irgendwie. Ja, das Gefühl, ich sollte mich im Spiel erst noch weiter umschauen, bevor ich zu dem Boss gehe, ehrlich gesagt. Ich habe gar nicht wirklich die Ressourcen, um gegen ihn was zu machen. Genauso bei dem Sturmhügel-Dingerns. Ich mache auch viel zu wenig Schaden mit dem Speer. Schauen wir da... Eigentlich kann ich mich da nicht hinwarten. Das würde mir auch nichts bringen. Du hast auf jeden Fall noch andere Wege, die du gehen kannst. Ich vermute, ich kann hier noch weiter runter gehen. Okay, ich werde über die Brücke gehen und dann nach links. Wie habe ich die Karte aufgedeckt? Hier irgendwo war... Ist die Karte, die man mitnehmen kann. Genau in dem Bereich, wo ich gerade durchgerannt bin, in dem Lager ist sie. Das, was ich auf jeden Fall brauche, was unfassbar gut wäre, wäre, wenn ich einen Typen finden würde, bei dem ich ein bisschen neue Wunder kaufen kann. Aber, bis es soweit ist, hätte ich auch nichts dagegen, wenn ich vielleicht... Sollte ich meine Magie generell mal ein bisschen leveln. Und... Den Speer vielleicht noch ein bisschen höher bekommen, wäre auch echt hilfreich. Oh, was? Die dunkle Kavallerie? Na, Skulls? Mein Pferd! Oh, mein Speer ist so schwach. Ich kann doch nicht kämpfen gegen dich. Oh Gott. Okay, wisst ihr was? Ich will, ich will absteigen von meinem Pferd. Oh Gott. Ich vermute, der Typ taucht ja nachts auf. Ohne Pferd funktioniert das auch nicht viel besser. Das fände es überhaupt besser funktioniert. Das funktioniert eher schlechter. Uff. Wahrscheinlich soll man den wirklich auf dem Pferd bekämpfen. Letzter Ort der Gnade, schätze ich. Ich mag es nicht, dass ich bisher einfach... Ups. Ich verstehe jetzt, was Fully meinte damit, dass man mit den Waffen einfach absolut keinen Schaden macht. Denn, ähm... Man macht absolut keinen Schaden mit diesen Waffen. Die Typen droppen ihre Upgrade-Materialien auch nur extrem selten. Dann werde ich streamen. Ich hoffe, lange. Mal schauen. Im Idealfall würde ich ganz gerne noch irgendwas schaffen. Ich vermute, ich sollte... Äh, da unten soll es auf jeden Fall noch eine Menge zu sehen geben. Au! Was soll das denn jetzt? Ich wollte nur an euch vorbeireiten. Vorbeireiten? Okay. Der Typ ist nur nachts da. Dann sperrst du aber auch selten scheiße, TVH. Yeah, deswegen würde ich ihn auch gerne gegen den Partisanen ersetzen. Was etwas besser sein sollte. Eldring hat nur ausgeglichene Wertungen, weil es, ähm... durchaus Performance-Probleme auf PC hat, wenn man ein neues Gebiet betritt, immer. Ich weiß, es ist absolut spielbar, aber... Es ist auch nicht optimal. Ja, hier unten war ich auch schon ziemlich weit. Hm. 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 Warte, 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 warte. Wenn diese Teile hier rumstehen, bedeutet das, wir haben hier oben ein weiteres UFO. Wir haben einen weiteren Frufo. Ich glaube, wir haben einen weiteren Frufo gefunden. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Der Bluthund. Ich glaube, der Bluthund ist auch nicht das, was ich hier machen will. Oh, das ist Dancer. Oh mein Gott, ich mache so viel Schaden. So, vielleicht kann ich den machen. Der Bluthund nimmt so viel Schaden. Au. Er ist nur echt schnell. Letzte Heilung. Oh oh. Nein. Weg, Bluthund. Fuck. Fuck, 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 fuck. Okay. Okay. Huh. Na, warte, hab ich wenigstens einen Boss mal besiegt. Der Bluthund-Reißzahn. Wenigstens einer. Okay. Ich weiß nicht, ob du den First Trail besiegt hast. Ich meine. Sicher hat er den Fehler gemacht, sich mit einem echten Gamer anzulegen. Fehler, der ihm nicht hätte passieren sollen. Das Feuer ist super stark. Das Problem ist nur, ich würde generell gerne mein ganzes Magiezeug ein bisschen upgraden, aber ich finde keinen Händler dafür oder so. So, wir haben eine Waffe bekommen von ihm. Oh ja, da. 18 Stärke, 17 Decks. Das kann ich alles nicht... Das kann ich alles nicht verwenden. Das ist unser Game. Man muss fairerweise sagen, ich habe von dem Boss nichts gelernt. Ich habe ihn einfach nur... Ich habe einfach nur... Ich habe einfach nur so viel Schaden gemacht, dass er nichts machen konnte. Alles von nebenan. Er hat 13 Mord. Heftelisab. Wie viel lieben Dank. Ich höre übrigens beim ersten Hauptboss des Spiels und... Der hält eine Menge aus. Ähm... Gibt es hier noch irgendwas, wo ich hin will? Ansonsten würde ich wahrscheinlich nochmal versuchen, Richtung Sumpf zu gehen. Ohne Feuer war der Kampf echt kringelig. Oh, das war ja auch mit Feuer. Ich meine... Ja, ich bin ihm nicht gut ausgewichen. Okay, pass mal auf. Oh, ich bin wieder hier. Okay, auf der anderen Seite waren wir. Gut. Das heißt, ich würde mal eben abhauen, ehrlich gesagt. Oh, warte. Der Weg geht hier noch weiter? Nein, geht ja nicht. Oh. Weißt du was? Ich werde da mal runterschauen. Wir schauen da jetzt mal runter. Ich liebe es, wenn das passiert. Ach so. Wir sind also wieder im Offline-Modus. Okay. Cool. Yeah. Oh nein! Oh oh. Ist mein Stream noch da? Mein ganzes Internet ist gerade gestorben. Oh nein, ich bin gerade disconnected worden. Da habe ich gesagt, oh, ich hasse es, wenn das passiert. Ich wollte ihm ein Spiel die Schuld dafür geben, aber ich habe kurz auf OBS geschaut. Ich bin kurz disconnected worden, auch vom Chat. Ich hatte einen sehr kurzen Internet-Aussetzer, wie es aussieht. Komm schon! Triff doch! OBS ist nicht schuld. Ich hatte einen kurzen Internet-Aussetzer. Ich gebe meinem Internet-Provider die Schuld. Das ist ein Spruch hoch Sage of Empires 2 fürs Protokoll. Dann gebe doch deinem Internet-Provider die Schuld. Ich habe das Gefühl, der Spruch, die Russen kommen, war... Er war lustiger letzte Woche. Als diese Woche. Da kann ja meine Oma noch besser kämpfen. Wir werden uns das ja mal anschauen, würde ich sagen. Ist ja nicht dumm, oder so? Also, ernst gemeinte Frage. Sind die dumm? Ich meine... Ich verstehe schon, dass er... Nein! Dass man bei meinen Schleichkünsten gerne mal etwas überrascht ist. Da sollte ich nicht runter. Uh... Die ganzen goldenen Teile zeigen da rüber zu dem Punkt. Vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass ich da rüber gehen sollte. Ich bin vorbei. Die sind so schnell! Okay. Okay, ich bin vorbei. Okay, ich bin vorbei. Oh Gott, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Kommt auch hoch, wenn du euch traust. Der kommt hoch! Er traut sich! Er auch! Dafür bekommt er einen Backstab. Wer ist dieser Gamer? Der schmelzt die Ritte. Er bekommt von Haus aus weniger Nahkampfschaden. Den habe ich gar nicht erst mit Nahkampf versucht. Da würde ich ja davon ausgehen, dass er eine hohe Verteidigung hat. Schätze, sein Ding zu sein. Die Heilung ist zurück! Oh! Schmiedstein! Schmiedstein bedeutet, dass ich jetzt eine andere Waffe auf Plus 2 leveln kann. Wie zum Beispiel den anderen Speer. Will ich aufs Speer gehen? Ich weiß nicht. Steinsperrschlüssel. Oh ja, da hatten wir auch noch den einen Weg, wo ich nicht ganz verstanden habe, wie ich weitergehen kann. Die Hoffnung hat, dass es irgendwann, wenn ich im Spiel weiter bin, im Sinne ergibt, was es bisher noch nicht tut. Goldene Rune. Halbinsel der Tränen. Das scheint doch schon mal etwas zu sein. Und ein paar Leichen sehe ich gerade. Nette Jungs. Bis zum Ende hin. Der Speer hat halt den Vorteil, dass er eine echt gute Range hat. Das heißt, ich denke, er ist nicht mal komplett verkehrt. Ich mag es jetzt sehen, dass wenn man nach Gegnern kommt, wenn man die besiegt, dass man Heilung bekommt. Yeah. Ziemlich cool. Hallo? Das ist ja nicht so. Die Tafel-Rundfeste? Warum gebt ihr mir überhaupt die Möglichkeit, irgendwas zu antworten? Wenn ich nur eine Antwortmöglichkeit habe. Oder gehe ich jetzt? Direkt hätte ich B drücken sollen? Oh mein Gott. Ganz recht. Hand in Hand Action. Oh nein. In der Tafel-Rundfeste versammeln sich Befleckte, die der führenden Hand der Gnade folgen. Ein uralter Friedenspakt untersagt sämtliche Kämpfe an diesem Ort. Das Symbol der Tafel-Runde zeigt, dass Frieden noch hält. Tafel-Rundfeste befindet sich außerhalb dieser Welt. Sie kann nur über Orte der Gnade erreicht werden. Okay. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Und hier kämpft niemand. Oh, hallo. Oh, das ist eine schwierige Situation. Was willst du denn von mir? Was willst du denn von mir? Ich habe schon mal einen Boss besiegt und du? Oh, hallo. Hast du die gefunden? So ein kleiner Tomboy. Hast du was für mich? Yes! Wir haben ihn! Ich sehe alles, Alter. Ich meine, es ist doch der vorgegebene Pfad, oder? Ich würde gerne mehr über die zwei Finger lernen. Ohohohohohohoho. Okay. Was haben wir? Dringende Heilung? Heilung? Alter, eine kleine Menge LP. Das haben wir. Na, wir sind halt nicht. Das ist nur eine, die ich noch kaufen kann davon. Ich dachte, es wäre die Menge, die ich aktuell habe. Heilt eure LP und die von Verbündeten in der Nähe. Brauchen wir nicht. Lindert Giftbelastung und heilt Vergiftung. Verlockend. Erhöht Magie-Schadenresistenz. Erhöht Feuerschadenresistenz. Fällt es eine Schockwelle, die Gegner wegstößt. Uuuuh. Jetzt kurz, seit ihr eine Flamme aus eurer Hand schießt, haben wir schon. Wir holen uns den tosenden Feuerball. Und das Gegengift. Ich kann die Fingertechnik nicht zeigen. Dafür müsst ihr auch einer der Anrufungenstudenten sein. Oh, ich habe gar keine Magie-Slots. Kann das sein? Fällt mir gerade auf. Steht eigentlich auf, wie viel Schaden das Zeug macht? Nicht wirklich, oder? Die Flamme des Ruins ist der Todfeind des Erdenbaumes. Aber manche Propheten sehen in ihr auch ein Zeichen seines Glaubens. Diese Propheten warten immer dasselbe Schicksal. Die Verbannung. Flamme des Ruins ist der Todfeind des Erdenbaums. Ich habe so viel gesehen, wir sind der Todfeind des Erdenbaums. Aber manche Propheten sehen... Achso, okay. Nehmen wir mal den Feuerball mit. Vermutlich je mehr FP verbraucht, desto stärker. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Tür ist blockiert. Kann ich mich hier ansonsten noch ein bisschen umschauen? Oh, da ist noch jemand. Oh. Was wollt ihr? Ja, sie redet nicht viel mit mir. Was meint... Was meint ihr? Einen Hausgast? Was soll das bedeuten? Oh. Oh. Are you aggrieved? At the notion you were but a visitant here? Then you would do well to remember the first words of grace given to you. Stand before the Elden Ring. Okay, zwei Finger weiß, das werden wir erlangen. Die Mutter, die verschlossen war, wird sich dann öffnen. Ups. Tut mir leid, ich bin so ungeschickt. Ich will gar nichts. Ups. Dabei war er so nett zu mir. Ich wollte auf keinen Fall was von ihm kaputt machen. Hallo? Oh, äh. Die bewegen sich nicht. Das ist ja unbehaglich. Eine Klangperle anbieten. Ich habe keine Klangperle zum Anbieten. Uuuuh. Uuuuh. Was haben wir denn alles? Speicherstein erhöht die Anzahl der magischen Speicherplätze. Oh, kann ich das bitte haben? Ich habe nur eine Einser-Goldene Rune. Das reicht nicht ganz für 3000, oder? Nein. Oh, damit kann ich mehr Zauber ausrüsten. Würde ich mal spontan behaupten. Steinschwertschlüssel. Ein paar verschiedene Waffen. Uuuuh. Gebt uns auch Waffen, die... Ihr habt keine Waffe, die Glaube benötigt. Hm. Nehmt Gestalt als Wirt der Finger an. Okay. Nehmt Gestalt als Gast an. Das ist wieder irgendwelches Online-Zeug. Hey, da ist die, äh... Da ist die Oscar-Rüstung. Und der kurze Speer, den wir bereits besitzen. Ich glaube, ein Krummsäbel wäre eine, äh... Ganz gute Waffe für mich an sich. Oder der Rapier? Moment, der kurze Speer macht 112 Schaden. Der Rapier macht noch so viel weniger. Habe ich den Speer? Kurze Speer ist doch eigentlich gar nicht so scheiße, oder? Ich meine, an sich sollte er nicht so schlecht sein. Hm. Hier könnte ich auf jeden Fall noch ein paar Dinge kaufen. Das Problem ist nur... Ich, ich hab kein... Ich hab kein Geld dafür. Man kann hier aber noch entlang gehen. Ich mag die Designs von den NPCs hier übrigens nicht. Die wirken ein bisschen... Sieht ein bisschen aus, als wären sie aus irgendeinem komischen MMO, oder so. Weiß ich auch nicht. Sie hat einen, äh... Sehr komischen Look. Oh Gott, das ist doch eine Boss-Arena. Zählen wir nichts. Irgendwann wird hier ein Boss-Kampf stattfinden. Oh, hier ist auch der gute alte André. Mein Freund. Kriegsasche. Also ist das, äh... Kriegsasche duplizieren. Über die Kette an euren Beinen. Äh, ist angekettet. Okay. Ist das die Gefangen? Nein, nicht mehr zu viel in mir. Ich habe keinen Grund gegen dich. Ich, als ein Präziger, ist kein Fault von dir. Insofern... Ich denke nicht, dass ich smithen. Während meine Unterschiede ist, die Weapons werden immer stärker. Auch die Zeit. Technik, das niemals verletzt. Insofern, es hilft, mich zu vergessen. Die sheer Terror von ihr. Hm... Ich könnte auch Zeug verkaufen, aber... Scheint alles nicht wirklich was wert zu sein. Ich weiß, Adernblatt ist was wert, aber... Ich weiß nicht. Wobei ich, glaube ich, gerade einen guten Weg habe, um ein bisschen Geld zu bekommen. Pass mal auf. Du kannst doch Waffen verkaufen. Kannst du dich einfach Waffen verkaufen. Wir können jedoch, äh, dieses Zeug verkaufen. Welches trotzdem nutzt. Ich dachte, es bringt 100. Zehn sind viel zu wenig weiter. Das bringt mir alles gar nichts. Das ist leider nichts wert. Die Waffen halt auch nicht. Äh... Ich denke, ich will nichts verkaufen. Ich könnte den Speer nochmal upgraden, aber ich glaube, ich sollte nicht. Hm... Wie Versuch für den Boss hat er gebraucht? Ich habe ihn nicht geschafft. Ähm... Hm... Ich denke, ich würde wirklich am liebsten auf Partisane umsteigen. Ehrlich gesagt. Ich glaube, das wäre ziemlich sinnig. Wir fehlen mir noch ein paar Level-Ups auf Stärke. Du hast den Burgboss nicht geschafft. Nein. Ich habe super wenig Schaden gemacht. Also, der Speer ist viel zu schwach. Das heißt, ich hätte gerne irgendwie... Oh, hallo. Fia. Fia! Beahah! und Halten lassen. Wir werden hier gerade so viel von... Oh, jetzt eine Umarmung? Das ist das Leben. Sie umatmen mich so oft, wie ich das möchte. Auch wenn manche es als vulgär bezeichnen. Okay. Ich kann mir später noch eine Umarmung abholen. Naja, ich will meinen Charakter nicht anpassen. Kloman müsste man sein. Yeah. Oh, was geht hier noch runter? Aber was ich vorhin gesehen habe, was ist das für ein Schwert, das ich nicht benutzen kann? Meinst du das Bluthundreißzahn? Oder das Großschwert der Getreuen? Das eine war von dem Bluthund-Bosskampf. Und das andere ist aus einer Kutsche. Ich meine, ich habe so viele von diesen Steinschwert-Schlüsseln. Vielleicht wäre ich übrigens da ganz am Anfang nochmal hin. Oh, eine Armbrust. Schnarrig. Gehen wir weiter. Nicht genug Steinschwert-Schlüssel. Ich kann hier auch welche kaufen. Die Sümpfe. Ah, das ganz am Anfang meine ich. Warte, kann ich da von hier aus eigentlich hinreisen? Moment. Kann ich von hier aus reisen? Äh, Ort der Gnade. Der erste Schritt. Okay, ich kann da hinreisen. Scroll raus, du Fuchs. Ja, ich war im falschen Gebiet. Das Raustrollen hat nichts gebracht. Oh, prachtvoll. Was sagst du eigentlich dazu, dass ich hier angekommen bin? Oh, gut gemacht. Oh, gut gemacht. Gut gemacht, in Wahrheit. Du hast es durch diesen ganzen Schmack-Schlüsseln. All die Richtung zum Stormvale. Und auf du hast du nach der Rundtabel-Hold. Meine sincerest congratulations. Aber wie hast du die Rundtabel gefunden? Oh, du musst es nicht sagen. Vorher war das Rundtabel voll von venerateten Kriegern. Aber jetzt ist es zu Hause zu Puffchästen. Und jetzt hat es... Und jetzt dringend. Ich fliege schnurstracks ans Ziel. Ah, dann bist du interessiert. Eine wunderschöne選ung, in der Rundtabel. Um zu sein, die Rundtabel zu sein, musst du eine große Runde und ein Zuschauer mit den zwei Fingern in der inneren Kammlung Sie sind die Schmack-Schlüsselung der Heiligen, die dir die Kindle guierst. Die Tarnation. Hm. Ja. Bez ihnen ein Bezug. so that you may see for yourself Challenge Godric the Grafted Lord of Stormvale to acquire a great rune decrepit he may be but a demigod he remains and of course an inheritor of a great rune worse yet I hear old Godric's acquired a ferocious new toy to graft so prepare for the worst rechne mit dem Schlimmsten gestrige ist das Mittelalterwort für Boomer yeah aber ich bin vorhin den Boss gemacht äh den Hautboss bei dem bin ich ja tatsächlich ziemlich gescheitert da bin ich ja arbeite dran gibt generell aber noch einige Wege die ich gehen kann äh bisher ist Elden Ring ganz nett ist ganz spaßig für ein Open World Spiel habe ich noch nicht das Gefühl dass bisher irgendwie ähm habe ich das Gefühl dass ich wirklich mit einem der Souls-Teile so halt mithalten kann wirklich habe ich die Ehre gehabt im Feuer auch vorbeizuwohnen ich habe keine Ahnung was das bedeuten soll ich vermute mal die Antwort ist nein so so ich hoffe ich werde nicht im Feuer geopfert aber ja Feuerball scheint nicht stärker zu sein als ähm Feuerball scheint sogar äh sehr viel ungünstiger zu sein als äh das Feuer selber au ich weiß übrigens inzwischen wie ich äh ups wie ich hier durchgehen werde zwar wenn das Teil hochfährt werde ich runterspringen und dann rennen wir los shit 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 lauf lauf au wird das klappen ich glaube es klappt es klappt es klappt Metagrit jetzt im Spiel gehen aber ziemlich ab oh ich finde das Spiel bisher sehr spaßig ich würde es nicht sagen dass ich es schlecht finde ich habe das Gefühl äh die Atmosphäre die man ich meine es ist auch kein Soul Spiel es ist ein spaßiges Spiel es ist natürlich nicht ganz die Nervenkitz ich meine bisher zumindest von anderen Soul Spielen das Teil wird umkehren und mich killen oder oh mein Gott fuck wer da auf das waren ne Menge Jungs hier gerade okay ich lebe alles gut alles gut oh ich habe bisher auch schon ne Menge Sumpf Action gesehen in diesem Spiel uh da geht es weiter aber was ist das für ein Typ das ist scheiße au gut ich war nicht darauf vorbereitet da willkommen altern hast du Eldring schon gespielt altern äh 30 Monate Resort viel viel vielen Dank außerhalb von Betamode 21 Monate und dafür äh viel viel vielen Dank ja das andere Zauberteil ist viel besser meine Feuerball geht auf Distanz was auch ganz nett sein kann aber äh nicht aktuell und jetzt gehen wir hier wieder runter nein ich vergesse immer dass man Zeug nicht mit A aktiviert nein 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 hab schon angefangen hab 10 Stunden das Spiel verbraucht bisher au das hilft schon alle Leute haben echt viel Zeit in dem Spiel ich verstehe auch was Leute meint dass äh super lange überhaupt irgendwas gesehen ich habe das Gefühl ich habe bisher noch äh nicht wirklich irgendwas gesehen ich bin auch bei guten 5 Stunden inzwischen langsam ich sage es euch mit geht den Flammen auf werde ich den einen Typen da oben ohne Probleme gekillt bekommen ich bin bei 80 Stunden ich habe das Gefühl ich bin auch am Anfang ja das sehe ich auf jeden Fall das ist generell so eine äh Op-World-Sache au was soll das denn das trittst du mich einfach ich habe ja gar nichts getan ich liebe es alles zu erkunden ich habe vor in meinem Run auf äh ein Cleric-Build zu gehen ich hasse es dass man nicht einfach rollen kann nach der Landung das heißt ich bin auch gespannt wie das laufen wird die verbotene Frucht quasi das fühlt mein Charakter sieht doch echt dumm aus irgendwann sollte ich mal eine vernünftige Rüstung für ihn finden oh fuck ich bin vorhin hochgegangen oder ich habe die gleiche Klasse wie du genommen merke ich gerade es ist halt eine wirklich gute Klasse es geht in Flammen auf ist so scheiß stark soll man eigentlich gehe ich damit ein Schild besiegen jetzt wo der Kick so wird es was macht der Pferdemann wo ist der so mit Pferdetail geblieben jetzt habe ich wieder tausend oh Gott ich habe tausend Ruhnen verloren oh jetzt sterben sie wollen mich verarschen also von Tidemore 25 Euro wie viel lieben Dank wie viel lieben Dank warum wird das zweimal vorgelesen ihr habt keine Ahnung wie viel lieben Dank da ich mein Pferd hier unten rufen nein ist ausgegraut zweimal 25 Euro das ist das Leben kann ich hier direkt ich kann hier direkt weiter runter rennen oder yeah yeah das ist kein Problem äh Elden Ring ist quasi erneuert der Axolsteil ok ich äh refreshe noch ein bisschen das war der Dark Souls 2 du meinst das Dark Souls 2 2 ich mag übrigens das Detail dass wenn jemand äh eine Nachricht hinter äh verfassen will in der er anmerkt dass er sehr unzufrieden ist dass er mir folgen muss und den Stream er 10 Minuten offen haben das heißt man muss sagen das ist Hingabe an dem Punkt kommt der Typ noch ich glaube ich habe das Pferd abgehängt ok ok er rollt hoch ok sehr schön weiß ich wenigstens wo er ist dieses Mal Pferde man was ist denn jetzt ich mag das überhaupt ich habe keine Ahnung wo das Teil an dem Punkt entlang fährt ich glaube er ist weg ich glaube er hat er ist gefolgt hat geschrieben dass er mich kacke findet da ist er entfolgt vielleicht hat er einen Stream noch auf und denkt sich jetzt fuck ich wollte nochmal mhm jetzt kann ich mich nicht rechtfertigen vielleicht meldet er sich in 10 Minuten nochmal so du stirbst und ich gehe weiter au au oh Gott hör auf sprinten verbraucht nur dann außer wenn man im Kampf ist in dem Spiel auch wenn ich mir wünschen würde dass man einen etwas schnelleren Sprint hätte aber ich schätze ich meine weiter ist Pferd dafür apropos Pferd Gott ich mag diese Stelle nicht okay da ist es das heißt wenn er hochfährt gehe ich weiter okay so weit so gut hier bin ich vorhin gestorben ich werde wieder warten denn ich werde nicht das Risiko eingehen an der Stelle schon wieder überrollt zu werden ich habe so eine Master Memory drin dass ich mit drin aufhöre zu sprinten wegen der Ausdauer das ist komplett unnötig teilweise ja bei mir tatsächlich nicht aber ähm ich spiele das ein oder andere Open World beziehungsweise ich habe in den letzten Wochen äh ich habe Final Fantasy äh Final Fantasy 15 relativ viel gespielt Moment da hatte man nicht unendlich viel Ausdauer die Argumentation ergibt gar keinen Sinn da hat man nur begrenzt Ausdauer es hat mich so genervt es hat mich so genervt ich meine man kann ein Gericht machen mit dem unendlich Ausdauer hat aber äh äh ersau nicht das Wahre okay Freund ich bin zurück er hält ne Menge aus was zum Fick war das nein was kein Backstep okay ist okay ich will ich will auch gar keinen oh mein fucking Gott oh der Weg der ist wieder so nervig das ist ein fucking Typ lock ihn zum Pferdemann wenn ich ihn zum Pferdemann locke dann bin ich auch beim Pferdemann das wäre nicht gut wir glauben an dich großer Meister mach weiter so mob die Legende mob die Legende äh von Wundern war 96 Euro wieviel lieben Dank okay irgendwo als ich disconnected wurde ist äh ich habe jetzt mit den Alerts gebraked äh wieviel lieben Dank ist das ein guter Weg den ich gerade gehe ich habe keine Ahnung ich glaube das Pferd könnte eventuell äh umgedreht sein wenn ich Pech habe wie es aussehen habe ich Glück das heißt ich sollte generell noch ein gutes Stück weiter gehen können ich sollte mal nach unten gehen fällt mir gerade auf ich weiß nicht ich werde mal nach unten gehen jetzt vielleicht ist da unten noch äh so ein Bonfire Teil oder sowas ich meine das würde mein Leben etwas erleichtern oh dieser fucking Typ ich denke Elden Ring Speedruns werden ganz interessant ich weiß dass das Item da liegt aber ich werde diesen Bait ich werde mich davon nicht Baiten lassen okay oh fuck oh na oh oh nein oh was zum Fick ist das ist das etwa der beste Boss aller äh Soul Spiele sieht ganz danach aus okay Baumgeist mit Geschwüren der Baumgeist mit Geschwüren war das ich vermute ich sollte seinen Arm angreifen ich habe absolut keine Ahnung ich sehe nichts ich sehe absolut nichts gehen wir mal dem Sperr rein Rina ist ein bisschen klein für den Kampf meinst du okay der Sperr dieser Sperr ist ein Problem eigentlich wollte ich nur runter gehen um ein paar Seelen zu bekommen damit ich vielleicht meine andere Waffe mal ausrüsten kann aber aber daraus wurde nichts was was ist das denn was ist das denn wie soll ich denn ausweichen zum Fick ist dieser Boss zum Fick ist dieser Boss oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott was soll was soll was soll irgendwas davon ist machbar nicht für mich ich habe viel zu wenig Magie dafür das ist generell das Problem ich habe für alle Bosse zu wenig Magie ich habe auch keine Ahnung wo soll ich jetzt die ganzen Seelen fuck ich brauche mehr Level absoll dafür brauche ich noch viel mehr Seelen und ich weiß nicht wo ich die hernehmen soll ich habe keine Ahnung ich schätze ich kann da unten wieder hin mit Sperr und Schild ist machbar so pieksen ich kann jetzt sagen dieser Boss wenn du mit einem Schild vor ihm stehst er wird sich nicht so beeindruckt zeigen habe ich so das Gefühl ich kann mich täuschen aber ich weiß nicht was haben wir hier dann noch oh wir haben NPC hallo hallo ist jemand da? oh ich kann mich aufbundern ein Moment bitte mein Name ist Irina ich habe eskabiert von Castle Morn nach dem Süden die Servanten da haben rebelled ich ich kann nicht sicher was ist meine Augen hat seit der birth du siehst aber ich versuche ich habe ein Frightfell aus dem ganzen Ort mein guter Vater hat mich aus dem Castle aber hat sich entschieden zu bleiben er sagt es ist seine Schuld als Kommander ich 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 für Father's life die Servanten sind voll von Roth filled mit Hatred für alle von uns sie haben für alle von den eskabiert mit sie haben nicht eine soul ich es nicht anders an Castle Morn bitte ich Sie Sie mind taking ein Vater zu meinem Vater in der Castle und mein soul wünscht dass er eskabiert äh ja ich denke Irinas Brief Okay Mein Mann rennt immer noch nicht mit dem linken Stick Bögen Oh oh Soll ich hier einen Bogen ausrüsten? Mein Masterplan ist es übrigens äh ups Mein Masterplan ist es ähm noch ein paar Seelen zu bekommen damit ich Level-ups machen kann damit ich dann äh den anderen Speer ausrüsten kann äh Partisanen und dann kann ich das noch upgraden und dann sollte alles gut werden oh fuck das ist noch ein Riese und hier sind noch ein paar Hunde das ist keine gute Gegend hier aber ich muss sagen in dem Spiel was ich äh ich kann gleich schauen ob ihr Brief versteht ähm ich hab das Gefühl das Spiel ist voll mit absoluten Trash-Tier-Boss-Kämpfen ja das Gefühl bis auf den einen äh bis auf den einen Hauptboss der mit dem Hammer und sowas waren jetzt alle Bosskämpfe echt unterdurchschnittliche Scheiße ist ja irgendwas was was man in Bloodborne Dungeons oder so antrifft vor allem jetzt als ich den da unten noch gesehen hab und der schon wieder so eine Scheiße war je weiß nicht mal schauen aber äh äh bisher ähm scheinbar viel Content zu haben aber kein der allzu gut ist weiß nicht aber sie wirken alle echt scheiße ist ja ein Fehler für die Open World ja versuchen wir mal die Hunde loszuwerden bevor ich mich mit dem äh Riesen anlege oh mein Gott warum haltet ihr so viel aus okay ich mein du bist noch im ersten Gebiet weißt du waren trotzdem alle scheiße Streifen des weißen Fleisches oder heben sie sich die guten Bosskämpfe für später auf das war guter Damage ich wollte mich eigentlich heilen nein machen wir das noch sag was du drauf hast großer Mann das war nicht so beeindruckend muss ich gestehen au 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 okay Heilung die Hunde und Draht im Spiel sind so schrecklich auch das waren sie schon immer hauptsächlich die Hunde die Hunde sind traditionell immer schrecklich in Souls spielen das ist deren Daseinsberechtigung Morgenstern ich meine Morgenstern wäre auch eine gute Klerikerwaffe okay was sind diese Gegner hier sie haben auch Flügel au au auf Gott nein lass mich in Ruhe oh oh das sind eklige Gegner hier finde ich Eldering bisher das ist ziemlich spaßig die Bossen sind bisher sehr viele Fehlerbosse aus irgendwelchen Gründen die nicht allzu spaßig sind ich bin noch nicht ganz sicher was damit auf sich hat hehehe erlebt er noch hm Zwei Schmiedesteine yo yo Oh, ich habe gerade zwei Schmiedesteine gefunden. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir können auf jeden Fall die Waffe ein bisschen upgraden. Ich denke, ich sollte generell mal ein bisschen den Hauptweg hier entlang gehen. Es wird noch nicht geschmiedert. Das Problem ist nämlich, ich habe keine Stats, um andere Waffen auszurüsten. Auch der Morgenstern braucht zu viel. Oh, ich kann Partisane ausrüsten, wenn ich Zweihändig halte. Ich denke, ich werde auf Partisane gehen, ehrlich gesagt. Ich meine, es ist immer noch wie der andere Speer, aber nur besser. Ich glaube, mir gefällt aktuell der Speer für das Spiel. Morgenstern größer als Partisane. Nein, 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 nein. Partys erste Sahne. Bleib stehen. Ich frage mich, ob es auch welche von diesen Ascheteilen gibt, mit denen ich meine Zauber verstärken kann und sowas. Das wäre ganz cool. Uh, das Adernblatt ist wertvoll. Das Adernblatt ist selten. Bin ich dem Magid begegnet? Keine Ahnung. Äh, ich denke nicht. Sagt mir jetzt erstmal nichts vom Namen her. Bin ich? Okay. Magid war der erste Hauptboss. Ich weiß auch noch nicht ganz so viele Ruinenfragmente gut sind. Ich vermute, mit denen kann ich später dann mehr Zeug bauen. Ich denke, ich werde mal zu der Burg davor gehen. Ich vermute, da wird auch der, äh, der alte Mann, äh, der Vater von der einen drin sein, von dem wir so viel gehört haben. Oh. Hallo, Checkpoint. Was ist da drüben? Oh, der Händler ist zurück. Der Händler ist zurück. Verkauft er was Neues. Erhöht maximale LP. Eine Notiz mit wichtigen Pöbel der Halbmensch. Mit wichtigen Informationen. Steinschwertschlüsse. Er kostet 2000. Er verkauft nicht wirklich irgendwas, das ich haben will. Hm. Tragisch. So, warte. Wie viele von den, äh... Weiß ich mal, die mal eben einsetzen. Das wird nicht reichen für genug Stärke-Level-Ups. Das reicht für nicht eins. Äh. Oh Gott, warum sind die Level-Ups zwischen schon so teuer? Oh, hier kann ich mit dem Pferd hoch. Ich, 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 ich gehe zur Burg vor. Oh ja, ich wollte den Brief noch anschauen. Äh. Ich überlege gerade, was hätten wir sonst noch für Waffen? Hier sind alle... Ich glaube, ich sollte auf das Schwert der Getreuen einfach gehen. Es hat zwar weniger Range, aber... Es ist halt ein gutes Stück schneller. Hm. Das Problem ist, ich will auch nicht allzu viel auf Stärke eigentlich an sich leveln. Wie sieht die Performance des Spiels bei mir aus? Durchwachsen. Wie steht ihr zum Schwert der Getreuen? Ich hasse es, dass man für alle Waffen so viel Stärke braucht in dem Spiel. Wenn du auf einer an den Schwert gehst, kannst du auch dein Schild ausrüsten, oder? Ich habe mein Schild dabei, aber ich will in der linken Hand lieber meinen, äh... Talisman behalten, damit ich meine Wunder machen kann. Ah, gehen wir da vorne entlang. Ich brauche sowieso noch mehr Geld. Ich würde aber am liebsten, glaube ich, auf Partisane gehen, ehrlich gesagt. Immer noch. Hm. Ist ja was? Das mache ich jetzt. Wissen Sie, ich habe nicht gerade über eine Sache nachgedacht. Wissen Sie, worüber ich nachgedacht habe? Über die Tatsache, dass ich meinen Sperr nie einhändig verwende. Ich bin übrigens da auf der Karte. Aber wissen Sie, was das bedeutet, dass ich den Sperr nie einhändig verwende? Dass es egal ist, wenn ich ihn sowieso zweihändig halten muss. Mir fehlen Schmiedestein. Nein! Ich dachte, ich würde ein bisschen weiterkommen. Ah, ich habe den ersten Haupost noch nicht geschafft. Kriegsasche. Sturmstampfer eiserner Wille. Das erinnert auch nicht wirklich was. Hm. Schon die Leere gefunden. Ich habe einen Typen gefunden, der verschiedene Wunder verkauft. Okay, gehen wir weiter. Partisane macht auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden als reguläre Sperr jetzt schon. Wenn ich erstmal auf plus zwei bin, sollte es sogar noch mehr Schaden machen. Das heißt, das wird ganz nett. Aber was wartet hier eigentlich auf mich? Ich habe das Gefühl, diese kleine Festung war nicht in dem Ausmaß eine kleine Festung, wie ich das zunächst dachte. Oh, nein! Okay, versuchen wir es. Das ist ein Riese. Und der mag mich nicht so gerne. Deswegen schießt er auf mich. Aber er schießt... Aber er ist nicht so genau mit seinem Schießen. Okay. Er schießt nicht mal fast zu mir rüber. Okay, er ist wirklich schlecht darin. Oh Gott, er brennt. Okay. Kann ich mal jemanden, den einen Typen, der irgendwas von seinem Magier die ganze Zeit fragt, wann denn? Wollte einfach mal danke für die gute Unterhaltung auf TTV und Zeit. Der ist schon fast tot. Okay. Das ist noch nicht so hart. Außerdem von Sierazula Drawing 5 Euro. Wie viel Leben? Danke. Wie viel Leben? Danke. Okay, und hier haben wir noch so ein Schwert. Er war halt so schnell tot, wie er groß ist. Okay. Die Beleihung von Schloss Morn. Als einsamer Held kämpft... Ein einsamer Held kämpft für die Rache. Fürs Godfrey ist sein Verderben. So, so. So, so. Oh, da ist noch eine Schildgrüte. Diesmal werde ich sie nicht töten. Aus Solidarität. So, da ist noch eine Story verwirrt mich bisher mehr als Dark Souls. Ja, bei mir kam bisher nicht viel von der Story, aber ist bisher relativ selbsterklärend, würde ich sagen. Such nach Elden Ring Stücken und dann wird irgendwas passieren. Ist da was? Nein. Okay. Dann werfen wir mal einen Blick in das Schloss, würde ich sagen. Ich brauche auf jeden Fall noch so einen Upgrade-Stein. Ich stufe mal Aufstieg. Ich muss noch ein bisschen Stärke leveln. Auf jeden Fall muss ich auf 15 Stärke kommen. Dann sollte ich ganz gut dabei sein. Okay. Wir kommen in... Oh. Oh. Oh, nein. Oh, nein. Das gefällt mir hier überhaupt nicht. Als soll das nicht für einen One-Shot reichen. Wollt ihr mich verarschen? Ganz ruhig, Großer. Ganz ruhig, Großer. Oh Gott, das Gesicht. Nein. Oh, schaut mich bitte nie wieder an. Schaut mich bitte nie wieder an. Ihr grotesken Gestalten. Ich hasse es, wie sie aussehen. Oh Gott. Oh, das ist das Schlimmste. Ich vermute. Ich vermute, dass da oben ist der Anführer, den sie anbeten. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Nein, ich kann nicht. Gott! Fucking Hunde. Du wirst jetzt schon wie meine Mutter an. Hast du das hässliche Wesen gesehen? Dann meine ich dich. Okay. Ich muss den Fasch wieder hochholen. Komm schon. So. Versuchen wir das Ganze nochmal. Aktuell sind, äh... Aktuell sind ein paar Leute im Chat, die zum ersten Mal da sind. Und sie sind sehr, äh... Ich glaube, sie haben noch nie ein Videospiel gespielt. Aber ich glaube, es kommt daher, dass ich, äh... Das ist wahrscheinlich generell eine Sache, wenn man ein neues Spiel spielt auf Twitch. Einer hat zehnmal gefragt, ob sein Magierbild gut ist oder sowas. Okay, wo war der andere Hund? Da ist er. Ich habe mich übrigens für, äh... Party mit den Sahnen entschieden, Rasex. Was sag ich mal? Naja, zwei. Schmiedestein! Warte, Schmiedestein zwei. Schmiedestein zwei ist für, wenn man über Level drei ist mit der Waffe, oder? Woll ich mich verarschen? Was für Schmiedestein zwei? Ich brauche Schmiedestein eins! Partisan ist für den Arsch? Nein. Partisan ist für echte Gamer. Glaub mir das einfach mal. Gott! Lass mich in Ruhe! Das ist ein fucking Wunder! Wie gesagt, ich habe diesmal daran gedacht, den Fahrstuhl runterzulassen. Ich meine, ich habe die Hunde bisher noch nicht gesehen, dass sie sich warpen. Also, das macht sich schon mal um Längen angenehmer als, ähm... Die Hunde aus, äh, Dark Souls 3, zum Beispiel. Ich habe auch gar keine Schmiedestein eins und einfach, äh... Seltener als, äh... Fähre Hunde in Souls Games. Nein, als spaßige. Oh, Gott! Oh, Gott! Okay. Oh nein, der Große. Oh, der ist sehr groß! Au, ich wollte die Backsteppen. Ich will ich auch immer noch... Okay, macht guten Schaden. Gott, was ist das für eine Geschwindigkeit? Kannst du mich verarschen oder so? Ich habe gesehen, wie langsam der, wie, mit wie viel, äh, Delay der zugeschlagen hat. Oh, Gott, und hier leben noch so viele Gegner. Haaah. Ich mag es aber, dass es immer wieder, ähm... Au. Ich mag die etwas größeren Versionen von, äh, den normalen Gegnern in dem Spiel. Es ist ganz cool, dass es davon viele gibt. Partisan ist aktuell, äh, leider noch ziemlich shit für den Run, weil ich die Waffe noch nicht einhändig halten kann. Mit Delay zuschlagen ist gefühlt die größte Sache in dem Spiel. Größer als der Gegner-Spam. Ich habe nicht das Gefühl, bei der Menge von Gegnern, die da oben sind, dass ich schnell mir meine, äh, Runen holen werde. Und dann sage ich, äh, war nett mit euch. Ich gehe dann mal. Eventuell war das keine gute Idee. Kommst du überhaupt hier rüber? Gehen mal alle weg! Warum fallt ihr nicht runter? Gott! Als ob keiner von euch runtergefallen ist. Will man Sperre überhaupt einhändig halten? Äh, ich meine... Das, was mein Damage austeilt, ist, äh... Mein Talisman und für den muss ich, ähm... Die linke Hand frei haben. Jemand stirbt hier gerade. Aber... Ich habe meine Runen wieder zurück. Das Problem ist, ich kann ja nicht einfach so, äh, durch. Ich muss... Ich muss die Hunde loswerden. Das werde ich ein Problem bekommen. Die Hunde links haben mich nicht gesehen. Okay. Okay, der Typ... Der hat die Kontrolle verloren. Rein will ihn von seinem Leiden. Ops. Das sind fucking Hunde. Jemand anders ist gerade gestorben. Oh nein. Oh nein, was ist da drüben? Das ist nicht gut, oder? Danke für den Refugium-Steine-Versager. Und ein Spiel-Steine-Versager. Und ein Spiel-Steine-Versager. Und ein Spiel-Steine-Versager. Und ein Spiel-Steine-Versager. Können mich so viel anpunkten, wie ihr wollt. Das war ein verdienter Sieg von meiner Seite aus. Das waren sogar drei auf einmal. Oh. Der Rasex-Typ, der sagt... Oh, ich habe eine Waffe plus 8 bekommen. Der hat vorhin auch schon geschrieben, willst du wissen, wo der Magier ist? Willst du es wissen? Das, was ich meinte, ist irgendwie... Weiß ich, ob es an... Ich glaube, es liegt daran, dass generell die Leute nach Eldring of Trish suchen. Willst du? Ich weiß nicht. Du wirst sagen, dass ich kein Magier-Bild spiele. Kann ich verzichten, glaube ich. Ich glaube, sie haben von, äh... Noxy, äh, 35 Monate. Resub. Vielen, vielen lieben Dank. Was macht der da vorn? Oh Gott. Oh nein. Au. Oh, die haben Bögen. Oh, er wollte mich verarschen. Warum lebt der noch? Okay. Folgende Sache. Nein. Ich weiß nicht, wie ich sie bekämpfen soll. Deswegen werde ich es nicht tun. Warum bin ich hier rübergegangen, wenn hier nicht mal ein Item liegt oder so? Ich kann da runter. Okay. Puh. Oh mein fucking Gott. Fliegende Gegner in diesem Spiel. Warum sind die überhaupt da? Oh mein Gott. Schöne ich an, was der für Pfeile abgeschossen hat. Äh. Reicht es? Es reicht nicht für einen Stufenaufstieg. Ich glaube, da würde ich gerne runter. Ich glaube, da würde ich gerne runter. Da ist doch das Demon's Souls-Gebiet. Wir spielen hier gerade Demon's Souls. Das ist die geheime Antwort. Ähm. Fuck, jetzt überlege ich. Oder will ich beim Sperr bleiben? Die Sache ist nämlich, wenn ich beim Sperr bleibe, muss ich keine Stärke-Level-Ups machen. Vergleich den Schaden. Partisan-Schaden ist höher, aber er ist nur ein bisschen höher. Ich meine, er ist ein gutes Stück höher. Ich sehe gerade Partisan auf Plus 1 hat 130 und der Sperr 118. Und es sind eigentlich effektiv ansonsten die gleichen Waffen. Echt, ich sollte auf Partisan gehen. Ich denke, es ist relativ eindeutig. Hinter dem Schloss. Partisan ist auch cooler. Yeah. Lass mich mal meine Rüstung ändern. Yeah. Jetzt sehe ich aus wie ein Krieger. Dann würde ich sagen, äh, das da oben lief alles gut. Soll es jetzt Zeit runter zu gehen? Oder habe ich, äh, äh, goldene Rune 1. Macht keinen Unterschied, wenn ich die einsetze oder nicht. Kein Kartoffelsack mehr. Oh nein, nicht für mich. Außer ich würde die Rüstung mit dem Rad bekommen. Wir sind hier auf der Mission, was Vernünftiges zu machen. Oh. Können nicht die ganze Zeit wie ein Clown herumlaufen. Das ist aber fucking knapp übrigens. Aus dem Weg. Eingelegter Schildkröten. Ich hatte schon Angst, dass wir diese Gegner nicht in dem Spiel haben würden. Ein Glück, dass sich die Angst nicht bewahrheitet hat. Können wir sich gar nicht das vorstellen. Hallo. Ich bin von adeliger Abstammung. Wenn mich diese scheußliche Halbblute fressen, bin ich für immer gezeichnet. Alles, nur nicht das, bitte. Denk doch, was für eine Schande das wäre. Ah ja, was war ich mit dem Brief? Brief, 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 Brief. Ein Brief von Irina an ihren Vater, den Kommandanten des Schloss Morn. Ein edles, seidenes Taschentuch mit blassen Blutflecken. Im Inneren sind Worte zu erkennen. Okay, wir müssen ihm irgendwie helfen. Ich glaube, jemand sollte ihm sagen, dass er bereits tot ist. Das kannst du machen. Ich bin ein bisschen einfühlsamer. Als ob das immer noch nicht reicht, um die zu one-shotten. Was soll das denn? Ich glaube, das stört mich am meisten. Ich würde die Gegend am wenigsten mit dem Backstab gerne direkt killen. Ich glaube, ihm ist nicht mehr zu helfen. Das ist leicht gesagt, mit dem Körper eines Lebenden, aber es geht hier um die unsterbliche Seele. Oh, das wäre ein Speer für mich. Du kannst dich nicht one-shot, weil der Backstab einhändig ist und du waffst mir eigentlich einhändig. Switch das auf einhändig, um wenn ich den Backstab mache? Hm. Es könnte wohl sein. Ich glaube, an sich sollte das nicht wirklich eine Sache sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ist. Au, was ist denn dein... Was? Die können angreifen. Was soll das denn? Uh, ich könnte auf das Dach. Uh, ich könnte auf das Dach. Au. Gott, diese verzögerten Animationen. Oh mein fucking Gott. Ich bin da kein Fan von. Ich habe die scheiße gesehen. Ich habe das Gefühl, bei dem Gegner sind die verzögerten Animationen am allerschlimmsten. Oh, Leiter. Was haben wir hier oben? Schatztruhe. Doppelklingen-Talisman. Talisman mit Doppelklinge und, äh, Bereichsvater. Okay. Verbessert den finalen Treffer von der Angriffskette. Au. Die Doppelklingentechnik stammt von, äh, Bleichfiltern, die das Geheimnis ihrer unnachlässigen Schlagfolgen wie ihr Leben hüten. Letzte Schlag ihrer Kombination ist darum auch der tödlichste. Das ist ziemlich gut. Damit kann ich was anfangen. Das heißt, wenn ich genug R1 gespammt habe, wenn ich den Angriff mache, dann macht der Bonus-Schaden. Der Horkshot ist beim nächsten Mal drin. Ich weiß übrigens nicht, dass ich kein, äh, oh, gefleckte goldene Sonnenblume. So eine Zutat. Schätze ich mal. Aber das ist, oh, was ist das hier? Lass mich stehen! Tränen-Skarabäen. Es gibt Purpur-Tränen und Himmels-Tränen-Skarabäen. Sieg sie, um, äh, die ihren Typ entsprechende Flaschen aufzufüllen. Nein, das ist ganz cool, denke ich. Ich dachte kurz, ich bekomme jetzt eine zusätzliche Flasche dazu oder so. Ja, falsch haben bekommt man in dem Spiel nur, wenn man wirklich von weit oben runterfällt. Das heißt, das ist mich noch ein bisschen beängstig, weil ich kann absolut nicht einschätzen, ob man einen Fallschaden nimmt. Da sind irgendwelche komischen Quallen da unten. Sieht so aus, will jemand Quallen fischen gehen? Wenn ja, hätte ich ja eventuell genau die richtige Stelle für euch. Ist das eine Stadtstrue? Nein. Oh. Natürlich gibt es so eine Stelle auch in dem Spiel. Und unten warten Gegner auf mich. Oh. Oh, das sind nur Ratten. Willst du dich verarschen? Oh mein Gott, ich stirb... Und zum Fick ist der Angriff daneben gegangen. Ich habe die Scheiße gesehen. Wie ging der daneben? Komm schon. Ich werde mich bei den Ratten rächen. Die Jungs hier sind alle ganz neutral. Die wollen kein Ärger mit mir. Zurecht. Hey, ihr werdet schon sehen. Die Ratten werden wir... werden wir besiegen. Von denen habe ich keine Angst. Ich habe schon stärkere Ratten gesehen. Okay. Das, was mir am meisten Angst macht, ist der Fall. Der Aufstieg und Fall meines Elden Ring Charakters. Oh, ich sehe meinen Schatten nicht. Okay, das ist der Ausgang. Lauf, 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 lauf. Okay. Au. Ich meine, die Ratten vergiften einen nicht in dem Spiel. Das ist also schon mal ziemlich cool. Okay. Okay, was ist der Fick? Warum springen sie immer weg? Oh mein Gott, die Ratten sind fürchte, ich in dem Spiel. Sie springen immer weg! was? Was? The fucking Ratten! Oh mein Gott! Die sind absolut fürchtliche Gegner in diesem Spiel. Wie sich herausstellt. Da war aber ein Item bei ihnen drin, das ich glaube ich jemand, der mitnehmen, äh, das ich mitnehmen will. Okay. Wäre für ein Stück Käse zu. Ich habe keinen Käse. Wir müssen das, wir müssen das im Kampf erregeln. Hier wäre es ziemlich gut, wenn ich einen Feuerball hätte. Ich glaube, mit dem könnte ich dann einfach von hier oben aus die Ratten schon killen. Da ich keinen habe, können wir das nicht machen. Weg. Oh Gott. Sie springen immer so ein kleines bisschen. Sie springen gerade genug weg, damit man sie nicht mehr erwischt mit dem Nahkampfangriff. Und dann stunlocken sie einen in der Combo. Oh mein fucking Gott. Ich wünsche, ich hätte die Fackel gekauft irgendwann. Oh, die Peitsche. Die besten, die beste Waffe aus allen Souls-Spielen. Oh, hallo. Eigentlich, dass wir die bekommen haben. Äh, ich habe, ich habe Endring schon durchgespielt. Warum? Ich bin gerade im Jürgen Plus. Ich werde gar nicht jetzt so tun, dass die Peitsche eine Möglichkeit für mich wäre. Sie weiß nicht, ich werde mal eben meine Zauber ein bisschen umändern. Und zwar würde ich ganz gerne den Feuerball mitnehmen. Riesemersi Peitsche bestimmt gut. Die Qualle ist so sauer. Die sind alle sauer. Da ist das Quallengelee. Ah. Gute Neuigkeiten. Ja, geh besser. Spaß, die Gegner im Spiel sind da. Was macht's mit dir jetzt? Au. Nicht cool. Nicht cool. Nicht cool. So. Fucking Gegner. Oh Gott, der ist der Schlimmste. Okay. Wurft euch. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Was macht's? Oh Gott, der Typ lebt noch. Dieser Haufen Scheiße. Ich habe ja den gesehen. Ich habe die Framerate nur bei mir. Äh, Mainstream hat keine Framedrops gerade. Man könnte natürlich sagen, dass das, was ich hier mache, ein bisschen cheap ist, aber komm schon. Ich habe keine auf Magie basierenden Bild, um nicht cheap zu sein, okay? Ich denke, ich werde erstmal versuchen, einen mit, äh, Sperr zu killen. Oh, der leistet gute Arbeit. Scheint eine höhere Magieverteidigung zu haben. Das ist nicht cheap, das ist taktisch insane. Yeah. Ich muss da mal weg. Ich habe Angst. Die geben auch nur 16 Seelen. Ich will natürlich wohnen. Was gibt's hier unten noch? Kann ich da einfach durchlaufen? Ich werde mich erst noch ein bisschen umschauen. Ich glaube, die Quallen sind sogar neutral. Ich glaube, die greifen mich nicht mal an. Yeah, den Quallen ist alles egal. Die weiben ja nur ein bisschen. Kann man schwimmen? Nein. Ich glaube nicht. Ich habe es ehrlich gesagt nicht ausprobiert, aber ich, ich, ich denke nicht. Wirkt nicht wie ein Spiel, in dem man schwimmen kann. Kleine Krabben. Hier gibt's sonst, oh, hier gibt's sonst was. Oh mein Gott. Macht so viel Schaden. Jetzt natürlich die Frage, wo will ich hin? Krabbe oder Boss? Ich denke, wir gehen zuerst zur Krabbe. Schon allein, weil da noch eine Menge Uhnen herumliegen. Verzeihung, warum bist du stellenweise unverwundbar gegen meine Hand? Warum ist er kurz unverwundbar gewesen? Willkomm ich hin, bekomm ich hin. Alles kein Problem. Da bin ich mir sicher. Nur schlechte Gamer haben Probleme in Videospielen. Und seht ihr? Nur schlechte Gamer. Du hast deine eigene Krabbe getötet. Bist du jetzt stolz? War es nicht wert. Das muss der Boss auch schon schwer werden, wenn der Checkpoint so nah ist. Die waren bisher alle so nah tatsächlich. Mal schauen, wie der Boss Kampf wird. Löwenartiges Scheusal. Okay. Ich mache schon wieder absolut. Oh Gott. Das Problem ist, dass da jetzt 3000 Runen drin liegen, die werde ich dann nie wieder rausbekommen. Man macht nicht viel Schaden in dem Spiel, kann das sein. Ich verstehe absolut jetzt, was Fully meint. Man macht einfach gegen alle Bosse super wenig Schaden und sie sind so aggressiv. Bin ich unbedingt der größte Fan davon. Deswegen hat man Summons. jetzt. Au. Oh mein Gott. Dann lassen wir die Rudi sind eh weg. Wie soll man irgendein Boss im Spiel versiegen? Ich bin mir wirklich nicht sicher. ja. Ich höre ich den Typen an. Oh mein Gott, der ist am Grabstein hängen geblieben. Okay. Puh. He's a fucking Typ. Am Anfang so, wenn man mal eine vernünftige Waffe aufgewertet hat, geht's. Das klingt nicht gut. Lief doch nicht schlecht. Es lief ziemlich mies. Aber ja, wenigstens macht die Magie, äh, die Magie macht halt. Jetzt für die Magie macht zu viel Schaden, aber au. Mein Schwert macht halt so wenig. Uh. Ich glaube, ich muss erst mal ein paar seiner Angriffe lernen. Ich bin auch ein bisschen überrascht, dass ich noch so wenig HP habe, obwohl ich, ähm, ich habe ein paar Levels bei HP gemacht, aber irgendwie kann ich trotzdem nie mehr als einen Angriff, äh, aushalten. Habe ich den ersten Boss besägt? Nein. Das ist ein fucking Angriff! Was will dieser Boss von mir angreifen? Oh mein Gott! Ich bin absolut verwirrt, dass die normalen Gegner im Spiel so leicht zu bekämpfen sind und die Bosses starten irgendwie auf dem Niveau wie Ringed City. Ich bin so verwirrt, dass die Bosse mit Moves starten, wie die Bosse aus dem fucking DLC aus Dark Souls 3. Und auch ähnlich viel HP haben möglicherweise. Ja, man hat sehr viel weniger HP als in Dark Souls. Was zum Fick ist das denn? Wie soll ich zu einem Angriff kommen? Oh mein Gott! Egal. Okay, das war einer. Und ich habe nur einen Schlag von seiner Klaue abbekommen. Update, ich habe einen Schlag von seinem Schwert abbekommen. Bleib beim Grabstein hängen. Oh Gott! Er ist einfach durch den Grabstein durch. Okay. Okay. fucking Boss. Der ist ein wilder Typ. Kann man nicht anders sagen. Kann ich weg! Gott! Schau das an! Da waren die Grabsteine! Oh mein fucking Gott! Gern mir da mal einen Schluck. Oh! Hätten mir keinen schlucken sollen. Fuck! Ich kann das löwenartige Scheusal auf jeden Fall besiegen, aber oh mein fucking Gott ist sehr aggressiv. Sagst du, wenn ihr das Spiel durchgespielt habt, auch wenn ihr Dark Souls 3 noch nie gespielt habt, das Spiel könnt ihr dann im Schlaf durchspielen. Denn oh mein Gott, sowas gibt es erst im zweiten DLC. Selbst dann gibt es nicht viel, was da wirklich rankommt. Okay. 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 Oh mein Gott. Das hat so viel Schaden gemacht. Fuck! 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 Was für ein Schlag Das Großschwert der Verpflanzung Wir hoffen Der wollte es wissen Der wollte es wissen Gibt es hier sonst noch was? Wisst ihr, was mich stört am Großschwert der Verpflanzung? Das ist ein fucking Großschwert War Ring City so viel schwerer als was? Das ist der andere Content aus Dark Souls 3 Wenn ja, dann yeah 40 Stärke? Oh, das wäre so cool Schauen wir es uns an Okay, es ist Es sieht dumm aus, ehrlich gesagt Oh Das wäre ein vernünftiges Schwert Keine Ahnung, wie man damit irgendeine Kombo macht Das sieht aus wie das Schwert von Kisame aus Naruto Ich weiß es nicht, deswegen glaube ich dir mal Nichts sauber lernen Stufeaufstieg Komm schon Komm schon Zwei Level Abs Wir haben den einen Typ in dem Schloss nicht gefunden Liege ich da richtig? Liege ich da richtig? Lass mich mal da nochmal hinschauen Du warst auch nur so halbwegs im Schloss Verstehe Das ist wieder hier oben Von hier aus kann ich nicht zurück Ey, ich will nicht wieder komplett am Anfang zurück Hinter dem Schloss Aufzug vom Schloss Hinter dem Schloss sollte okay sein, oder? Ach ja, das war hier Ach ja, ich bin abgehauen Als es Wahrscheinlich hätte ich da oben Woanders hingehen sollen Glaub dich einfach mal Ja, den Reiter ganz am Anfang sollte ich auch noch machen Warte, war ich hier? Hier war ich Hier war ich Yeah 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 Der Reiter sollte inzwischen auch auf die Schnauze bekommen Schauen wir uns hier noch ein bisschen weiter um Das sage ich hauptsächlich, weil ich Alles was hier am Anfang ist, einfach spontan skippen werde Oh ja, da oben ist Oh, da ist die Leiter zur Seite Da will ich runter, nehme ich an Oh Gott, nein, 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 nein Ich will nicht, ich will nicht Lass mich in Ruhe Ich will nicht Lass mich in Ruhe Nein, au Das ist der fucking Hunde Wir müssen erst die Hunde killen, bevor ich Was anderes machen kann Außer von Wonsai 42 Monate Resub Wie viel lieben Dank Wie lange mache ich heute eigentlich noch? Oh Ziemlich gerade, dass ich schon 6,5 Stunden als Spielspieler Ich habe halt so keine Ahnung, ehrlich gesagt Außer mir ist Cinderfell Äh, 5 Monate Resub Wie viel lieben Dank Ich will auf jeden Fall den einen Hauptboss heute noch machen Bevor ich den nicht besiegt habe Werde ich nicht einfach so aufhören Das ist der fucking Hunde Das ist der fucking Hunde Ich glaube, ich habe jetzt alle meine Runen verloren Wie viel soll ich gegen die Hunde am besten machen? Ich weiß es nicht Warum blockst du nicht? Weil ich keinen Schild in meinem Weil ich nicht wirklich ein Schild in meinem Bild habe Ich kann meinen Sperr nicht mal einhändig halten Ich könnte meinen Sperr wahrscheinlich blocken Der war für blocken ist besser als nichts Wahrscheinlich Das ist der fucking Hunde Ich sollte sie ein Ich sollte sie eigentlich einfach one-shotten Ich bin hier einfach in ihm vorbei Ohne dass sie mich sehen Gute Neuigkeiten Gute Neuigkeiten Ich kann einfach vorbei Ohne dass sie mich sehen Okay Das heißt, wir können uns Oh nein Oh nein Da oben kommen die zwei Bogenschützen Das heißt, wir können uns Warte, war ich da unten? Wir gehen hier hin Ich glaube nämlich, ich war hier gar nicht Hallo? Oh, Schatztruhe Claymore Das ist die klassische Waffe Ich mag es, dass der eine einfach runtergefallen ist So wie auch du Du sollst runterfallen Bolzen der Getreuen Wünsche ich hätte ein paar getreute Bolzen Claymore ist zumindest besser als Clayless Yeah Dem will ich auf jeden Fall zustimmen Oh nein Die bekämpfen sich hier alle gegenseitig Äh, ich, ich Lass euch nicht aufhalten, Jungs Ich hab nicht vor Mich in eure Streitigkeiten einzumischen Die machen gar nicht mal so viel Schaden Sich gegenseitig Wir sind deine treuen Bolzen Das ist die richtige Einstellung Will ich hier? Na Moment, hier will ich nicht runter Na Moment, das war da, wo ich schon war Da kommen dann die Bogenschützen Da will ich hier sogar auf gar keinen Fall runter Um genauer zu sein Ja, wir sind bald Ich hab nicht keine Lust mehr zu warten Ja, beirufen andere Spieler Okay Das kann ich also mit der Krummfingermedizin anstellen Oh, hallo Ich glaube, das war der letzte Schlag Der Bodenschaden gemacht hat gerade Bleib mal ganz ruhig Du beruhigst dich jetzt mal, okay Wer war der 1 FPS Drache im Hintergrund? Das war einfach nur so ein flatterndes Etwas Ich glaube nicht, dass hier ein Drache im Hintergrund zu sehen war Das hoffe ich zumindest Stahldrahtfackel Jetzt kann ich im Dunklen was sehen Die macht guten Schaden Ich glaube, die macht mehr Schaden als der Speer Die Facke macht mehr Schaden als der Speer Dann werden wir die mal ein bisschen verwenden Für die nächste Zeit Halt Feuer Damage nehme ich an Ja, und der normalen physischen Damage Das heißt, die Fackel kommt insgesamt auf ungefähr 180 Und Partisan auf, keine Ahnung 140 oder so Das ist ein Zeitpunkt, wo einem klar sein muss Dass man sich vielleicht für die falsche Waffe entschieden hat Wenn die Fackel stärker ist Und man kann mit ihr Feuer speien Als Spezialfähigkeit Ja, es ist hier, wo man sonst hochkam Das ist unangenehm Weil ich hier eigentlich eher ungern Nochmal durchgehe Oh, fantastisch Das war ja richtig effizient Okay, die Fackel Die Fackel ist keine Waffe Die Fackel ist keine Waffe Ich gehe wieder hier runter Oh, ich habe keine Ahnung Vielleicht gibt es hier noch mehr Aber, oh Gott Lass mich woanders hingehen Das ist mir zu stressig Ich will den Weg jetzt nicht nochmal gehen Wo könnte ich denn hingehen? Ich meine, hier unten wird es wahrscheinlich noch mehr geben Hm Bei den Flattermannern wäre eine Leiter nach unten so links Vor dem Job zum Lagerfeuer Danach habe ich an sich gesucht Aber dann war ich mir unsicher Weil, oh Gott Okay, versuchen wir es Versuchen wir es Ich glaube, ich habe irgendwo schon wieder scheißviele Runen verloren Kann das sein? Nein, was? Das wollte ich nicht Ich glaube, ich habe irgendwo scheißviele Runen verloren Dabei fehlt mir nicht mehr so viel Bis ich Das nächste Level-Up mitnehmen kann Nur noch zwei Level-Ups Kann ich meine dumme Waffe einhändig halten Die Level-Ups wurden mir zu teuer inzwischen, habe ich das Gefühl Jeder hasst es, wenn er Runen verliert Das ist halt keine gute Situation Egal, wie man es sieht Also Okay, ich werde schnell den killen Denn er fordert sein Glück eindeutig zu sehr heraus Und dann ist von links eine Leiter Oh ja, das führt mich dann dahin Ja, genau Das war Das war das, was ich von unten aus gesehen habe Okay Oh, da hinten sind noch mehr Oh, ich will nicht zu diesen fliegenden Shit-Gegnern Ich gehe hier entlang Hier ist nichts Oh, wie ist hier nichts Oh, okay Da kann ich dann drüber schauen Gegner drüben greifen sich gegenseitig Oh Gott, an Okay Wir haben einen gekillt Ich habe einen gekillt bekommen Oh mein Gott Okay Moment Fällt gerade was ein Fuck Oh mein Gott Das macht zu viel Schaden Warum macht ihr direkt zu viel Schaden Das Spiel lebt es halt auch Millionen Gegner auf einem Haufen zu spammen Kann das sein? Ich habe keine Lust hier entlang zu gehen Ich habe wirklich keine Lust Ich weiß nicht, wo ich sonst hingehen soll Ich denke, ich könnte den Boss nochmal versuchen Also mal schauen, wie das läuft Aber die Runen Oh nein, nicht die 1000 Runen An dem Punkt macht es auch keinen Unterschied Das ist fast okayer Schaden Hauptsächlich nicht Aber fast Oh, dieser Boss ist so viel weniger aggressiv Im Vergleich zu einem Löwen Oh mein Gott Wahrige Nugtuung Ich würde fast sagen Absolut der Dynamitbomber Oh 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 Gott Ich muss sagen Das Feuer macht echt guten Schaden Oh mein Gott Wie soll man dem Angriff ausweichen? Oh mein Gott Alles gut Ich habe noch Eine Menge Ressourcen Der Feuerball ist langsamer Und ich glaube, er macht noch weniger Schaden Es läuft nicht gut gegen diesen Bosskampf Vor allem, wenn er sein komisches Schwert Im Nahkampf macht Da sterbe ich einfach immer Ja, das ist Ich denke, der hat Trice ziemlich Cursed an dem Punkt Ich weiß wirklich nicht Warum macht mein Speer so wenig Schaden Ich verstehe nicht, warum mein Speer so wenig Schaden macht Oh Gott Ich glaube, das ist die Sache, die mich am meisten irritiert daran Mit dem Speer kann ich halt echt nichts anfangen Und seine fucking Angriffe, die alle ihren Delay verändern So, dass man absolut nicht Vorhersehen kann, wann er zuschlägt und wann nicht Gott Mein Speer ist auf plus 2 Ich sehe schon, wir haben echte Summon-Spieler hier Warum mache ich so wenig Schaden? Ist ja, was darauf aussieht, dass man auf plus 5 ist Oder so eine Scheiße Ich bin so verwirrt Ich verstehe nicht, warum ich so wenig Schaden mache In diesem Boss Komm schon, ich bin doch unter dir durchgelaufen Ach Gott, ich glaube, ich habe keine Lust mehr Ich glaube, ich habe keine Lust mehr auf das Spiel Ach Gott, ich glaube, ich bin fertig für heute Ich mochte es, wie er über mir in der Luft geschwebt ist Und dann nach unten gesprungen ist Das ist ziemlich cool Das ist Elden Ring Mein zweiter Stream des Tages Ach, ich habe das Spiel vorhin gestreamt Für coole 7 Stunden Die Sucht kickt Das war die Sache Ich hatte nicht zu viel Spaß damit, aber Und ich weiß, ich bin im Stream fertig Weil ich mir gesagt Ja, ich werde Elden Ring im Stream nicht weiterspielen Ist die Sache Open-World-Spiel und sowas Und ich denke, ich habe keine Lust Das funktioniert nicht für mich Und dann dachte ich mir Ja, ich glaube, ich könnte es auch einfach so ein bisschen weiterspielen Und dann dachte ich mir Hm Ich meine, ich könnte es jetzt so weiterspielen Aber gleichzeitig Ich sehe ja auch gerade den Weg, der hier rüber geht Ich weiß, wo ich hingehen werde Gleichzeitig dachte ich mir Ich könnte auch einfach Stream Ähm Nochmal anmachen Mit dem, was ich vorhabe Ich meine Ich bin nicht wirklich was dagegen Außer, dass es nicht mal den regulären Zeiten entspricht Wir werden sehen, ob ich euch eine Freude damit mache Ich würde mich nicht darauf verlassen Okay Äh Ich habe vor Hier rechts entlang zu gehen Was der falsche Weg ist Denn der Boss, den ich da habe Generell eine Sache ist ein Open-World-Spiel Ich sollte nicht Äh Anfangen gegen irgendwelche Bosse zu kämpfen Die zu hart für mich sind Stattdessen schauen, was ich sonst noch machen könnte Auch wenn ich wirklich denke, dass die Bosse Äh Enorme Difficulty-Spikes sind Aber heute ich nicht ganz verstehe, warum Ich schätze der Sinn ist, weil, äh Es ist, äh Dark Es ist ein Soul-Spiel Und damit das schwerste Spiel der Welt Das Gefühl gegen die normalen Gegner zu kämpfen Ist so viel einfacher Als gegen die Bosse Ist nicht mal, äh Kann sich mal vergleichen Außerdem von, äh Dviro 24 Monate Zwei Jahre Every sub Wie will ich mich? Was ist das für einer? Wieso ich wieder in Benachtigung gekommen? Oh, ich war zwischenzeitlich, äh Offline Viertelstunde oder so Shit Nein Oh Gott Er hat so viele Au Oh 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 So viel Schaden Er hat so viele Superfähigkeiten Bin ich begeistert davon Gefrorene Rosine Ich wusste nicht, dass wir schon Weihnachten haben Das ist keine gefrorene Rosine Äh Warte, wo ist die gefrorene Rosine? Außerdem will ich mir dieses Summon-Zeug auch mal anschauen Ehrlich gesagt Wie funktioniert das eigentlich? Wie, äh Wie beschwert man Zeug? Füttert die Sturmwind für eine erhebliche LP-Regeneration Okay Fertig ist das Spiel bisher Äh, durchwachsen Ich denke, es hat seine spaßigen Momente Und ich denke, ähm Es hat seine unspaßigen Momente Wie mache ich dieses Summons Ich dachte, was Leute vorhin meint, waren NPC-Summons Dass das ist irgendwie Qual und Wölfe sind eigentlich nicht ganz realisiert Das, was ich beschwöre, will ich als Item ausrüsten Okay Wie lebst du noch? Geh weg Diese Typen lieben ihre Rosinen Ich glaube, ich würde es auf die Schnellball packen Ehrlich gesagt Y Ah Schauen wir uns den einsamen Wolf an Habe ich zu wenig Magie dafür gerade? Ich vermute, ich habe generell zu wenig Magie für den einsamen Wolf Nein Warum kann ich die nicht machen? Wo kann ich die einsetzen? Ist das nur für Bosse? Also von, äh Oh Gott Kaper war das Drei Monate Resub Wie, wie lieben Dank Aschi geht nur für Bosse Okay Okay, verstehe Hallo Was ist denn das für ein nettes Bauernhäuschen hier? Wir werden übrigens nicht mehr zu lange noch heute machen, aber ein bisschen Ich kann beschwören, wenn links das Symbol weiß aufleuchtet Oh, war das dieses Grabstein-Symbol Das ist mir nicht schon mal aufgefallen Ich muss an der Stelle ehrlich sein Oh, er hat einen Zweihänder Oh, was für ein Kerl Ich muss an der Stelle ehrlich sein Ich bin mir nicht sicher Ich bin mir absolut nicht sicher Was mir das sagen soll Äh, ja, sicher Warum nicht Der Tritt Stampfer Behaarren Kriegsgebrüll Hm Wo sehe ich, was das macht Okay Erhöht mit einem Kriegsschrei die Angriffskraft Solange dieser Effekt wirkt Werden starke Angriffe als aufgeladene Angriffe ausgeführt Uh Das ist eigentlich ganz cool Kein Talent Hm Parry Kann man damit mit der Waffe parieren Wenn ich den Parry verwende Und der Waffe 2 eine kalte Kann ich damit der Waffe parieren Ich bin quasi die Stream-Maschine Yeah Aus dem von Erfrischer Saft Wie wir lieben Dank Scheint so Hm Ein verlorenes Talent aus Sturmschleier Eure Waffe wird von Heunen Von Heunen Stürmen umhüllt Die sich schnell hintereinander nach vorn abfeuern lassen Uh Ich will die Sturmklinge haben Schnellschritt Aber das ist das für die Sümpfe Oh Die Sturmklinge wäre der Stoff Oh ja Warte Er hat bestimmt noch was Es ist mir eigentlich egal Was erzählt Ich will ehrlich sein Ich habe keine Ahnung Was mir irgendwas davon sagen sollte Ignorieren wir ihn einfach Ich weiß was ich von ihm wissen wollte Ah Ich würde gerne meine Flaschen etwas Anders verteilen Und zwar so Welcome to Sinneswandel Also passt auf Als ich den Stream aufgehört habe Da dachte ich mir Yeah Elden Ring Hat mich schon ziemlich genervt Ich glaube ich habe nicht wirklich Lust darauf Vor allem will ich es im Stream weiterspielen Es ist auch ein Open World Spiel Es geht ziemlich lang Ich dachte mir Ja Ich glaube ich habe keine Lust Dann saß ich da und dachte ich mir Ja Ich könnte es eigentlich an sich Ich hätte eigentlich nichts dagegen Einfach bis durch die Welt zu laufen Um mich ein bisschen umzuschauen Vielleicht während ich Ich habe nirgendwo geheult Okay Vielleicht werde ich Keine Ahnung Wenn ich halt einfach Unterwegs bin Und nicht wirklich was machen Dann dachte ich mir Oh Moment Ist das nicht der Sinn Wie ein Open World Spiel funktioniert Dass man sich einfach ein bisschen umschaut Und nicht einfach Gegen die Betonwand rennt Und sich fragt Warum die Wand nicht nachgibt Und hier sind wir Und wenn wir schon mal hier sind Werde ich mal eben Kleine Reise Wagen Und zwar möchte ich Hier was mitnehmen Oh Riese voraus benötigt Riese voraus benötigt Oh mein Gott Hier sind so viele Riesen Schmiedestein Oh mein Gott Fünf Stück Und ein Level 2 Schmiedestein Yo 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 Schreibt es auf Schreibt es auf Wenn ihr das nicht kennt Das war absolut einsame Spitze Ich hab noch nicht vor Gegen irgendeinen Der Riesen zu kämpfen Ich glaube nicht Die sind stärker als ich Vor allem mit der Überzahl Wie kommst du hier rauf Nein Oh mein Gott Oh Gott Die können uns so einen komischen Windruf machen Oh mein Gott Vorsicht Muss mich Muss mich der geile Bock Auch noch angreifen Au Oh Gott Qualle Los geht's Warum hab ich mich als Summon Für den neutralsten Gegner Den Skipp entschieden Oh Gott Ich glaube das war keine gute Entscheidung Kannst du mich in Ruhe lassen Ich glaube ich sollte Vielleicht lieber die Wölfe auswählen Los Qualle Du schaffst das Töte Ich mein Sie leistet akzeptable Arbeit Gegen die Riesen Muss man fairerweise sagen Die Qualle ist eher ein Tank Würdest du also sagen Quater tief hochwertig Nein Lass sie in Ruhe Oh sie ist ein Tank Ich gehe dann mal weiter Die Qualle Die Qualle kämpft für mich schon weiter Dili macht das schon Dili braucht mich dafür nicht Ich hab meine Heilung gar nicht ausgerüstet Eine Ein Quall der Freude Yeah Das auf jeden Fall So wir können auch noch den einen Reiter machen Der sich Ähm Uh Was gibt's hier oben Wir können auch den einen Reiter machen Der sich am Anfang in der Steppe Äh Befunden hat Oh Hallo Hey Quali Hm Ich nenn sie Qualbert Kein springen voraus Qualbert Folge mir da oben scheint es nicht wirklich was zu geben ich wünschte ich wäre ein Quallenflüsterer, ich werde da nicht runterspringen springt ihr doch da runter da unten waren wir schon da vorn ist noch etwas das interessant aussieht Führer und Torwächter all jener die zu den Wurzeln heimkehren ich denke ich werde mal dem Teil folgen schätze ich wenn ich springe sieht es ja keiner was willst du dafür nur für die Aufmerksamkeit springen oder was sie weiß ich gehe nicht zu dem Hund hinter ich habe mich dazu entschlossen dass ich das nicht möchte Friedhof voraus oh schön Friedhof ich mag Friedhöfe das ist friedlich da was sind das eigentlich für das ist eine Brücke schätze ich das ist eine große Brücke wer baut diese Brücken ich meine es ist wirklich man muss irgendwas darüber bringen das verstehe ich aber es ist wirklich so schwer wenn man einfach die Straße ein bisschen den Berg runter fahren gehen lässt ich meine wir müssen ein halbes Gebirge dafür nieder gemeißelt haben um diese Brücken zu bauen die Hyrule Brücke wünscht dass sie so groß wäre das ist sie aber nicht nicht mal fast das ist ein Friedhof weil sind das Knochen ich weiß nicht ob das Knochen sind ich glaube das sind mehr Rüstungen oh die Keulen Männer die Keulen sich hier heimlich einen ich hätte nicht die Aufmerksamkeit von allen auf mich locken sollen müssen wir sie lenken ich sehe ein dass das wahrscheinlich ein Fehler war der größte Fehler ist dass ich dass ich dass ich Qualwert nicht holen kann auch nicht Wolfgang niemand will mir hier helfen ich bin komplett auf mich allein gestellt kämpft morgiger Affen das sind einfach nur kleine Männer auch Pimmelköpfe genannt ich verstehe was ich meine so was ist mit dir da vorn rückwärts laufen ist ich meine du denkst es ist eine gute Idee aber ich würde mich nicht zu sehr darauf verlassen dass dem auch wirklich so ist komm her das ist kein Faden das ist ein Seil warum nennen die das Faden ich meine komm schon für einen Riesen ist das ein Faden weißt du was das ist absolut richtig das ist absolut wahr mit so einem so einem Faden kann man sich um den Hals schlingen und dann die Qualen auf ewig beenden wenn ihr versteht was ich meine wie lange werde ich heute streamen keine Ahnung schauen das hast du anders gemacht warum du es weiterspielen willst keine Ahnung ich habe drüber nachgedacht ob ich das Spiel vielleicht offstream ein bisschen spielen will nachdem es mich ein bisschen genervt hat und dann dachte ich mir ja wahrscheinlich dann dachte ich mir was will ich machen wenn ich es offstream spiele dachte ich mir ja ich werde einfach bis durch die Gegend laufen ein bisschen Zeug erkunden und sowas und nicht mich dazu oh Gott ich dachte da wäre ein Pferd da oben es war nur ein Geist mich nicht dazu zwingen gegen diesen Shitboss zu kämpfen für den ich viel zu schwach bin und dann ist mir auffall dachte ich mir oh ja so funktionieren diese Spiele so funktionieren Open World Spiele mit der hier sind wir ich könnte da runter will ich da runter auf jeden Fall ein Kürbiskopf Fußsoldatenstulpen Grune 3 die gute Dreifachgrune oh ja und jetzt schaue ich mich hier ein bisschen um und sehe was ich finde und mit der Jafel kann ich irgendwann meinen beziehungsweise ich habe auch super viele Upgrade Materialien gefunden das heißt vielleicht werde ich auch generell mal auf ich weiß nicht ist es generell so schwer in dem Spiel für mich eine Waffe zu finden ich habe das Gefühl das Spiel ist nicht darauf ausgelegt dass man das Spiel will dass man Stärke levelt und wenn man Stärke nicht levelt hat man ein Problem was Waffen angeht wir haben ein gewaltiges Field of EU kann echt nicht viele Waffen halten wenn man nicht Stärke gelevelt hat was ich nicht mag in dem Spiel er wird nicht mehr leben er wird nicht mehr vielleicht Spielabend als er aufsteht diese riesen Rüstung sind die größten Versager die es in ganz Elden Ring gibt ich kann sagen dass ein Großschwert mein Leben mehr zerleichtert hat ich will kein Großschwert in diesem Run war ein guter Kampf würde ich sagen Lanzen-Talisman ich bin Lanzen-Kämpfer verbesserte Angriff zu Pferde schnarrig aber ich meine ist es gut ich bin noch nicht gerne auf dem Pferd unterwegs in dem Spiel aber es ist gut stelle ich vor er wacht nach Jahrtausenden auf so ein Penal zündet euch die Füße an so ist das Leben kann sich einfach für ein paar Jahrtausende schlafen und erwarten dass Leute dich respektvoll wieder aufwecken bleib mal da Eichhörnchen zwischendurch ein Eichhörnchen ein Känguru sowas geh weg ich vermute mal das war alles was es hier so weit auf diesem Friedhof gibt ehrlich gesagt ich wünsche ich würde irgendeinen Talisman finden der meine Zauberstärker macht der generell ein bisschen andere Zauber ist übrigens auch eine Sache die ich ein bisschen schade finde dass sie irgendwie die Zauber ich meine ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich vergesse immer den Begriff wie das Zeug heißt was ich habe was die Mischung aus Pyromantie und Wundern ist auf jeden Fall ähm ich mag es nicht dass sie da immer noch das gleiche Zeug haben wie ich glaube es gab es auch schon in Demon's Souls alles mit diesem einen Nahkampfteil und dann dem Feuerball und sowas gab es auf jeden Fall Dark Souls 1 irgendwie es wird später bestimmt was Neues dazukommen aber komm schon können wir nicht mal mit was Neuem starten irgendwann nach fucking 10 Jahren fairweise du hast die Early Zauber ja ich weiß aber dennoch ich denke sie hätten zum Start wenigstens mal den Neuen dazulegen können ausnahmsweise wird das gut gehen nein nein wird es nicht hey es ist wichtig Falschadien im Spiel vernünftig einschätzen zu können ist die Performance wirklich ab und zu bad wie man sagt auch zu 100% yeah ich würde sagen es ist absolut spielbar aber ne 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 es hat wenn man neue Gebiete betritt hat man oh fuck wir sind ja hier bei dem Riesen wieder hat man ein paar Ruckler warte ich das heißt ich kann eigentlich unten einfach entlang wenn ein Gebiet zum ersten Mal betritt hat man üblicherweise Ruckler und generell kann es ein bisschen nervig sein aber es wird der kleinste Hirsch der Welt ich kann auch nicht vergleichen wie es mit den Konsolenversionen ist es ist aber spielbar ist nur ein bisschen nervig stellenweise warum sind diese Hirsche so winzig wer will einen winzigen Hirsch sehen wo ist die Anmut Au jetzt reizt aber hör auf oh oh raver pelziger Hund komm runter das ist dämlich hey dankeschön kurzschwert mein kurzschwert wäre auch verlockend an sich bis 5 hat leichte fremden brüche teilweise aber dafür 3 sekunden dafür 3 sekunden lags nicht nimmt sich bei jetzt nicht viel ja ja ich müsste auch das ist ein grabstand symbol müsste ich heißen ich sollte die Wölfe holen können außerdem von modalian 100 bits wie viel lieben dank konsolen laufen deutlich besser nein pc läuft jetzt läuft halt auch nicht so mies aber ja stellenweise ist es halt auch wirklich nervig ich kann es auch nicht zu sehr einen schutz nehmen oh 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 wirst du ihn bitte anvisieren dankeschön nicht den feuerball machen ja oh nein bei dem hatte ich aber kurz Angst dass er es wissen will für die Wölfe braucht man glaube ich fast volle FP ach ja die brauchen 50 stimmt sind ja relativ teuer los geht's Jungs Jungs Au Yeah die Jungs auf die ist Verlass geh weg auf die Jungs ist Verlass diese Qualle wäre natürlich auch sehr verlockend aber na besseres Fleisch Yeah wenn ihr äh wenn ihr fragt warum wenn ihr eure Eltern fragt warum äh das Essen bei euren Freunden immer so viel besser schmeckt dann habt ihr schnell eure Antwort bekommen sie kaufen nicht dass 2,50 sie kaufen besseres Fleisch bestien dreiecks schild behaupte mal er ist besser als der schild den ich aktuell hab wo kommt der typ her das 99 cent tag im angebot bei netto wie soll das Fleisch bei dem Preis denn schlecht sein oh Gott kann man Wölfe streicheln kann ich nicht herausfinden ich bin hier auf einer Mission ah fuck ich kann oh nein mein zeug ist ja viel weiter oben oder ich glaube ich komme von hier aus gar nicht an meine Runen ran an meine Runen nennen die sind da oben irgendwie das ist nicht gut 99 cent sind der Preis meiner Wahl für alles yeah genau die ist doch ein Knochen das sind Wölfe die wollen keinen außerdem sind sie schon wieder gegangen wahrscheinlich weil ihr sie nicht in Ruhe lassen könnt und ihr die ganze Zeit irgendwas andrehen wollt ganz recht hier hole ich die Schuld dafür dass die Wölfe weg sind dazu muss man sagen das Fleisch ist sofort mit Medikamenten du schützt das schützt dich vor Krankheiten die du nicht mal hast das ist wahr das macht dich so gesund sind gegangen weil du dir nichts geben willst nein nein ihr seid schuld nicht ich Entschuldigung Jungs bin nur hier um meine Runen zu holen dann gehe ich auch schon wieder hey ich habe gesagt ich gehe wieder wenn es mehr ist eure Kosten ist es Dekadenz yeah Flugfeder das ist doch guter Stoff kann ich inzwischen eigentlich irgendwas Gutes herstellen ich könnte mir so eine Hülle kaufen für die Bomben aber ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht aber ich habe schon mehrere Adler inzwischen erledigt tatsächlich ja das ist nicht mein erster Flug mit einem Adler jetzt klingt so als wäre er hier in der war äh es hervoraus hallo 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 can you hear me help me I'm stuck hallo hallo anyone ja ja ich bin ich bin inzwischen auch fast davon überzeugt dass er oben ist hallo hallo can you hear me help me I'm stuck hallo hallo anyone das gefällt mir überhaupt nicht I'm I'm also known as the iron fist and as you can see I'm stuck here please can you help me out of this help me thanks a thousand thanks just give me a good smack from the rear with something nice and big and I'll pop clean out I'm sure don't dally come on give me a good smack from behind with something nice and big I'll pop clean out I'm sure with a netten clubs von hinten okay was zum fick bist du besseres Fleisch once again pleasure is mine I am the warrior jar known as Alexander iron fist Alexander in fact I journey to the east where I intend to further my education in the ways of war and beyond these lands lie the scarlet rot lighted cahled wilds and upon their southern edge is Redmayne castle in which a festival of combat is being held I'd heard whispers of such festivities before doesn't the notion set your breast aflutter I am heading eastward to red main castle on the southern edge of the scarlet rot blighted cahled wilds I've heard there is to be a festival hell there I'm heading east ok hoffentlich werden wir uns wieder sehen was für ein kerl bis ich vorhin gesehen habe wie sie die trailer vermieden um den nicht gesehen zu haben ich habe wie gesagt nur den ersten trailer gesehen ich glaube da ist eine fliege in meiner softbox drin wo ist das eine kleine motte wie zum fick bist du da reingekommen da ist so ein kleiner punkt der hin und her fliegt das ist so irritierend wie auch immer ich habe auch keinen gesehen war direkt begeistert von dem ich meine ist ein guter kerl wird verbrennen ich weiß nicht das ist so irritierend ich weiß wirklich nicht wie da reinkommt da ist so ein das Teil ist drüber gespannt ich meine an der Ecke ist wahrscheinlich Platz wo der Klettverschluss nicht ganz schließt das ist seltsam aber die Motte wird da nicht so schnell mehr lebt raus kommen wenn überhaupt so wir rasten erstmal denn wer rastet und so weiter stufenaufstieg ach komm schon genau der rostet das wollte ich sagen noch ein level ab auf stärke noch ein einziges mythos of plotting wann ich weiß ja nicht ich wäre lieber für mythos of plotting da reden wir darüber wie wir die wie wir die regierung zu fall bringen hätte da jemand Lust nicht nicht der stärkste gegner aber ein großer refugium stein außer von sirup trinker 12 monate resub wieviel lieben dank das wäre ein kanal für mich das wollte ich hören schmiede zwei schmiedesteine eins oh jetzt können wir eine vernünftig starke waffe langsam machen frage dabei ist natürlich will ich bei dem will ich bei meinem partisan bleiben oh wir sind im unbekannten gebiet jetzt wird geschmiedet nein noch nicht höre ich da Musik ich höre da Musik Schildkrötenhals Handbuch Kurzschwert ich mein Ratet mal wie viel stärke man für die helle bade braucht ratet mal und ratet mal wie viel stärke ich zum aktuellen zeitpunkt besitze ich mein ich will nicht sagen dass ich an gott glaube oder so aber ich denke das ist ein absolut das ist ein eindeutiges zeichen das ist ein Streichholz das im himmel gemacht wurde ganz recht ab ab jetzt ist der Run aktiviert oh und ne Banditenmaske die hätte ich auch gerne ich schnauze yes okay wuchtiger ansturm zwei hennig macht sie das wie ist sie Running Attack aber leider nicht das moveset sieht so viel cool aus als es dürfte ich weiß nicht ist nicht ganz so cool wie Darks 1 helle bade aber ich denke ich werde den Weg finden damit zu leben denn sie sieht generell nicht so cool aus aber das ist doch ein hübscher Anblick was sagt ja wollen wir direkt die helle bade mal testen am besten an jemanden der sich nicht zur wehr setzen kann nein durch den kleinen kopf an sie schreit doch danach von der helle bade erfasst zu werden du machst dir gerade mit deinem Auftritt machst dir gerade Feinde Hund Achtung etwas Hund voraus das ist ein Hund Hunde sollte man nicht einfach so angreifen Herr voraus Goldene Rune 1 wir sind hier schon beim Schildkröten Bezirk und sollte nicht nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen ich habe gehört man muss die Leiche wenn sie am Boden liegt angreifen damit sie tot bleiben vielleicht vielleicht waren es auch nur die anderen wie wenig Schaden macht eigentlich ein komischer Pfeil oh das ist super cool wie sie einfach zerspringen aber man muss sie noch mal angreifen wenn sie am Boden liegen was ein bisschen komisch ist mit der helle Barde aber wir kommen wir hin was ist dem Weg oh 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 der mit der Sense ist der eigentlich oh was ist das ein Diablo 3 Charakter oder so oh mein Gott ich will ich will auch die Schädel verschießen nein oh das ist so fucking cool oh das will ich auch haben weg geschleudert dann habt ihr die Schäle gesehen die waren fucking cool da ja willkommen Ronny ich bin wieder zurück dabei mich in der Open World umzuschauen um zu lernen wie das Spiel funktioniert was ist mit dir da vorn ey oh ich hab ne helle Barde kann ich das Schwert haben meint der das da hinten oder meint der die Grabsteine da war ich schon Vision hier von Tod Loch das wird nie alt das wird nie alt ich bin von der anderen Richtung gekommen für mich war die Warnung zu spät das kann ich mir vorstellen Margit schon geschafft darüber will ich nicht reden aber ich hab mich dazu entschlossen mich woanders umzuschauen ich muss sagen mein Charakter sieht inzwischen ziemlich cool aus wie sieht es eigentlich bei euch an der Pferdefront aus sind ihr viel mit dem Pferd unterwegs? Vorsicht äh vor starker Feind ich nehm mich gar nicht ich war auch in Breath of the Wild nie mit dem Pferd unterwegs ja äh sehe ich schon sehr so ein Ich-Problem fast nur oh zu selten ich werde es bestimmt auch irgendwann mal angewöhnen äh ich hab die Kleriker-Klasse genommen keine Ahnung wie genau die in dem Spiel heißt reicht das um meine helle Badebisschen abzugraden finden wir heraus ich finde mit dem Pferd skippt man zu viel ja davon habe ich ein bisschen Angst oh das ist so teuer das kann ich mir nicht leisten ja heute jemand spontan ein paar Seelen für mich oh was ist das für eine Statue warte von hier kam ich yeah okay ich weiß was das für eine Statue ist oh wisst ihr wer für mich was hat wisst ihr wer für mich was übrig hat ich wüsste da jemanden au vielleicht sollte ich hier noch ein Pferd bekämpfen shit ich hätte keine Magie mehr übrig wie ich gelernt habe oh oh Feuerball wäre vielleicht effizienter oh beug dich nach unten au au hör auf der lässt auf jeden Fall oh verzeihung ich wollte sagen ja da ist auf jeden Fall viel Schaden offen das war knapp was soll das denn was soll ich behaupten was das nicht knapp war wir werden jetzt nur richtig bekämpfen Pferd auf Pferd mit Wolf wo ist er da ist er oh Gott ja bei ihm hat man immer Frame Drops au mein Pferd auf dem Pferd kämpft ist überhaupt keine gute Idee oh Gott oder ist es eine gute Idee ich kann nichts sehen ich glaube es ist keine gute Idee mein Pferd ist tot so war das aber nicht abgemacht jetzt auch noch meine Wölfe was für eine Welt au wie viel Schade du einfach machst ich sehe inzwischen das Problem mit dem Damage keine Sorge versuchen wir es nochmal auf dem Pferd kämpft ist auf jeden Fall ziemlich uncool wie viel Schaden macht die Helle Barde außerdem von Statue Fisch frischer Sub wie viel lieben Dank oh ach komm schon ich hab Angst oh mein Gott dieser ja okay wisst ihr weiß ich wie kämpft ich nicht Gott du warst beim ersten Boss äh sorry Boss keine Sorge ich war sehr perplex weil ich sofort zu ihm war und fand es sehr blöd dass ich quasi bezwungen war andere Gegenden anzuschauen nein ja 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 der erste Boss aber auch er ist fucking stark dann meine ich schwer wir schleichen uns mal nochmal in ihm vorbei ich meine er ist auch stark kann man nicht leugnen oh oh versuchen wir ihn zu bekämpfen nochmal ich meine so schwer sollten doch seine Moves nicht sein oder ich meine wenn er den Schlag zur Seite macht wäre das eigentlich ziemlich gut wenn er den beibehalten würde ich sehe gerade ich habe viel zu wenig Damage ich habe viel zu wenig Magie oh Gott um äh den Kampf zu Ende bringen zu können oh Gott viel zu wenig Magie ich würde fast sagen es ist nicht mal knapp wir hauen ab oh Gott diese Frame Drops oh oh hallo oh mein Gott er hat er hat auch Angriffe mit denen er mich one shoten kann ich weiß nicht mal wie man den vom Pferd aus machen soll hier ist nicht mehr wirklich Platz wo man entlang reiten kann ich hatte auch nicht mehr ich hatte auch nicht ich hatte das Gefühl dass ich mit dem Pferd besser dran bin gegen ihn ehrlich gesagt irgendwie mal schauen ich will ich will sowieso meine helle Bade erstmal weiter upgraden wenn ich das gemacht habe dann wäre dann wäre vom Pferd auch eine Überlegung wert denke ich davor aber nicht wirklich dafür fehlen mir noch 400 Runen ah ja ich glaube mit dem Pferd macht man mit der Helle Bade relativ viel Schaden vor allem wenn ich sie dann noch weiter upgraden habe sollte das ganz okay sein mit dem Pferd trifft man die Gegner manchmal ganz weird aber sie treffen dich auch oftmals nicht ja vor allem ich glaube ich werde dann auch noch 5 Heilungen machen wenn ich dann auf dem Pferd bin dann sollte ich eigentlich ganz gut dabei sein 64 ist ziemlich okay damit kann ich was anfangen was machen die eigentlich alle im Wald aufgelandert 2 mit dem Pferd sollte ich mir mal anschauen darauf werden wir einen Blick werfen ich hatte komplett vergessen dass der R2 eine Sache ist mir recht das Gefühl ich habe aktuell im Spiel nicht als viele Gründe der R2 zu verwenden oh hallo Heinhöhle interessant durchaus interessant Lass mich nochmal schnell zurückgehen und schau ob ich meine Waffe upgraden kann und danach schauen wir uns die Heinhöhle an rauf nicht vergiften 13 äh nein Lebelle ich habe deine Lebelle wie kann es so schwer sein dich zu treffen ich sehe da oben was ich sehe da oben was er zweit bei mir erstaunlich gut geholfen um Bosse zu staggern dann wiederum hatte ich kein Hellebade slash Speer hey die Hellebade sollte auch gute Arbeit leisten Bosse zu staggern okay ist nur der Speer weiter doch mal den Sumpf ich meine wenn ich was hätte wir könnten auch mal den einen Sumpf wo ich jetzt am Anfang war zurückkehren wo ich diesen einen Zauber bekommen habe früherer Torwärter zu seinen Wurzeln zurückkehren wird er mit dem Boss wiederbelebt vielleicht vielleicht nicht ich habe keine Ahnung was mir das sagen soll ich glaube schon es reicht doch für das nächste Upgrade es reicht doch es muss doch reichen es reicht für das weitere nächste Upgrade fehlt mir noch ein bisschen was zeigt dir den Weg zu Dingen okay ich werde aber erstmal zu meiner Höhle hoch bevor ich den Weg im Weg zu irgendwelchen Dingen folge so und jetzt sind wir soweit erstmal ich denke ich bin soweit ich habe meine Investitionen getätigt die mir gefehlt haben und ich denke ich bin langsam bereit keine Ahnung im Spiel voranzuschreiten würdest du das Spiel momentan für PC empfehlen ich kann es dir nicht sagen ich bin nicht weit genug um einzuschätzen einzuschätzen ob es später wirklich noch große Probleme gibt oder eher nicht hat durchaus ein paar Performance Probleme natürlich ist es eine Wolfhöhle oh Gott das ist ein Stärker das ist ein Stärker weg das war der Anführer das war das Sigma Tier sollte man nicht unterschätzen Stärke von denen also von Mailboy frischer Sub wie viel lieben Dank trifft doch Dankeschön Klumpenfleisch ich mag es übrigens überhaupt nicht dass man um eine Waffe auf schau ich an wie er spielt damit man eine Waffe 2 erkennt dass man Y und R1 drücken muss gesprungener Topf weil ist das ein Key Item Nein damit kann ich jetzt ok das brauche ich um äh solche Bomben zu machen Kloman ist der Sigma schlechter oh oh shit oh oh es gibt Fat Rolls in dem Spiel oh oh ok keine Fat Roll mehr silbernes Glühwürmchen verborgener Pfad oh verborgener Pfad hatte nicht erwartet dass verborgener Pfad ich glaube das ist auf Englisch irgendwas lustiges sind auf jeden Fall die Likes ausgemaxt Beine ja doch Gras Gras oh da ist Gras ok ok das Moos naja sicher wenn du es sagst bestien Mensch von irgendwas was was ist so fick ist das für eine Waffe oh der ist so schwach das ist ein Anfänger Boss kam er ist auch viel langsamer oh oh Spiel ich weiß trotzdem nicht wann ich ihn am besten angreifen kann wie es sich herausstellt oh Gott kam schon au ah was was soll das denn jetzt mein Bruder was soll das hör auf damit jetzt muss ich mir die Finger verbrennen Flamme Drachen Talisman zum Eingang zurückkehren springen versuchen ja doch und so haben wir ihn im First Ray geschafft Wahnsinn erhöht Resistenz gegen Feuerschaden Wahnsinn aber verbessert Angriff zu Pferde vielleicht sollte ich den mal wieder ausrüsten und dann würde ich sagen wir gehen eher den Pferd Boss schlachten was haltet ihr davon es werde springen übrigens preiset Elden Ring die Nachrichten sind dämlich aber hey so weit so gut jo ist im Lager 58 Monate resub viel lieben Dank ich habe gesehen du hast schon einige Spielstunden in dem Spiel ich habe auf Steam geschaut drei Leute zu meinem Freund sattest und du hattest schon zwölf Stunden oder so und ich habe heute in der früh geschaut 335 schaden das ist der Stoff ich habe heute auch noch nicht gespielt muss auch noch nebenbei lernen oder ist das schwere Leben wie stehst du bisher zu Elden Ring ich bin mir noch nicht ganz sicher was ich davon halte ich habe irgendwie auch ich hatte auch echt viel Pech bei der Reihenfolge habe ich das Gefühl ich bin irgendwie nur bei sehr schweren Bossen viel zu früh gelandet und dann war alles sehr verwirrend für mich Lager ist glaube ich bei 12 Stunden oder so okay Elden Ring ist wild sehr sehr wild meine ersten drei Stunden waren den golden Reiter am Anfang bekämpfen oh dann rate mir was wir jetzt machen werden los geht's äh Butterblume wir sind hier um zu kämpfen oh ich habe was vergessen tut mir leid Wölfe ihr werdet nicht mehr gebraucht ich habe auch die Elebade genommen ich habe die gerade eben erst gefunden ich hatte davor ich habe den Klerik als Startklasse genommen da ist man nämlich ausgerüstet und da hatte ich den Sperr am Anfang da hatte ich mir oh ja ein Sperr ist eigentlich ganz lustig und dann wollte ich auf Partisane umsteigern dafür hat mir immer die Stärke gefehlt weil ich dafür super viel brauche da habe ich die Hellebade vorhin gefunden ich dachte mir ja das ist ein Zeichen vor allem hatte ich genau genug Stärke um die Hellebade einhändig zu verwenden was eine Sache ist die ich machen will da auf der linken Hand habe ich meinen Talisman vielleicht gehst du selber zu sehr mit der Erwartungshaltung ran neues Darks zu bekommen weil es halt obwohl es Eldring kein Darks ist ich meine ja ja ich habe die Klasse mit Telebade genommen geht es langsam Richtung Eclaker quasi andersrum wie du freu mich schon wenn ich tatsächlich cooles Klärker Zeug haben kann ups schlag zu ok au oh god die fucking framerate von diesem kampf oh mein gott ah der helle bade schau ich den schweren angriff mit der helle bade hat wer auf ein fährt ist das fucking cool der ist ziemlich anime ha au lass meine Wölfe in Ruhe au meine Wölfe au nein ich kann keine weiteren holen ich hab keine magie flaschen gestagert hey nein schlag doch zu oh mein gott fuck ich kann mein fährt nicht zurück holen gott hat er auch einzelne framework brüche und nichts krasses habe auch dabei nicht aufgenommen ja das ist soll schon eine performance von spiel ich hab mein monitor extra auf 1080p umgestellt kann so mit Doppelsprung gut ausweichen warum kann das Pferd eigentlich einen Doppelsprung ich werd's versuchen nein wenn ich das Pferd wieder rufen will muss ich dafür einen Heilungstrank aufbrauchen deswegen hab ich's gerade eben nicht gemacht weil ich selber auch fast tot war zumindest stand das mal so da hey warum hab ich nicht getroffen sollt ihn wahrscheinlich anvisieren au das hat gar keinen Schaden gemacht das war gar kein au oh god die framerate oh yes das staggert aber jemand gewalt meine Wölfe die brauche ich doch noch shit wo ist das Zeug mit dem ich mein Pferd regenerieren kann god nein mach doch dieser typ wurde aggressiv glaub sein schild bash ist neu oder wir haben ihn besiegt ich hab ich wollte grad sagen goldene helle bade ich hab gehört für die braucht man super viele stats 30 stärke aber sie macht heilig schaden warte oh mein gott das ist eine waffe die mit glaube scalt ich glaube das ist meine waffe für den run ich mein ich hab glaube von 22 waffe ist der grund warum du jetzt clerica gehst oh das erklärt einiges das heißt ich muss auch noch eine menge um leveln aber ja ich denke ich werde auf die helle bade gehen ich versuche einen clerica run zu machen beziehungsweise einen faith run ein miracle build goldene schwur sollte auch ziemlich nice sein willst mich gerade an baggern und eine goldene rune op waffe spiele ich auch ist sie so stark ich meine in meinem fall ich will sie nur spielen weil sie zu meinem bild passt das ist die erste glaube waffe die wir bisher gefunden haben was glauben wir eigentlich stärke wir glauben an stärke wo bin ich ansonsten hin hier war ich stehen geblieben oder hier war ich stehen geblieben fact final bad ist nice aber nicht op denke ich zumindest ich werde es sehen ich einmal dass die character super cool aussieht wenn nicht habe ich es getan seine outfit kommt ganz gut zusammen oh apropos war hier nicht dafür muss ich das dorf der untoten durch ich würde gerne noch die bandit mit zu holen ist ja was das mache ich das mache ich jetzt mit der groß akt zugange nackten charakter kannst du dem spiel auch gar nicht spielen es ist viel zu kalt dafür der händler war glaube ich auf der anderen seite oder war ich schon in der burg ich war in einer burg und der der boss davon war es war so ein löwentyp und der war wild der war wild sag ich euch und der ist auf sehr vielen ebnen hauptsächlich weil ein wildes tier war die banditen maske oh gott nein oh nein oh nein oh nein das ist das ist nicht schmeichelhaft gehen wir zurück zu dem helm je mehr wir bedecken können desto besser wieso siehst du aus wie patches ich hab Charakter gemacht der halbwegs ich hab bisschen auf random gemacht und dann hab ich ihn wie ich aussehen lassen mehr oder weniger die Augen sind ich weiß noch nicht ganz was mit den Augen los ist ich habe keinen Lidschatten aufgetragen ich ich wollte den Eldering Stream als in dem sich morgen Sprachfehler lustig gemacht hat das ist kein Sprachfehler das ist ein Charakter die haben den Voice Actor dafür geholt der besser spricht als wir alle zusammen Totenwasser Dorf da war ich schon mal ein Bloodborne und das war keine gute Idee da hinzugehen Vertrauenserweckend Ich sehe keine Gegner das ist schon mal ganz nett aber ich habe immer noch fünf Heilungen dabei daran sollte ich bei Gelegenheit etwas ändern Vorsicht vor Lügner Ich sehe hier keinen Lügner Ich sehe hier nur Leute die Wahrheit sprechen Späderstein noch zwei Stücke wir können die helle Bade auf plus drei bringen Sollte den da vorn mal angreifen oder Hey du Bleib mal stehen Das ist ein Boss Jetzt habe ich ein bisschen Angst Ich weiß nicht was ich sonst erwartet habe aber Uh oh Oh Nein Oh Ach 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 Das waren ein paar coole Moves, die an den Tag legt, muss man ganz klar sagen. Nicht den Feuerball. Nein. Wird ein langwieriger Kampf. Jetzt habe ich nämlich keine Magie mehr. Geh mal weg. Auch sein Blastrohr ist gleichzeitig auch sein Paddel. Und er wird gepaddelt. So, ich hoffe einfach, dass der Bosskampf weniger... Oh Gott, jedes Mal, wenn er weg ist, holt er die Jungs wieder zurück, wie es aussieht. Mann, R2 scheint sinnvoller gegen ihn zu sein. Oh. Ich habe gerade im Chat gesehen, nice meme Boss. Ich kann gar nicht verstehen, warum er diesen Ruf hat. Au! Das ist ja ein fucking Boss. Ah, hör auf! Au! Ich habe den Boss unbewusst geschehen, kann man dem was machen, damit er keine Jungs beschwört oder sowas. Das war wahrscheinlich eine dumme Heilung gerade. Wie auch immer. Oh, oh. Au! Hör auf! Okay, das war dumm. Okay, es ist faszinierend, wie viel mehr Schaden einfach R2 macht gegen diesen Boss. Oh hey, first try. Es war ein Kampf. Die Todeswurzel. Asche der Skelett-Miliz. Oh! Yo. Yo. Oh! Die Skelett-Miliz. Oh, dafür bin ich bereit. Ist das ein Miniboss, der keine Nebelwand hatte? Ich meine, er hat den Lebensbalken, also seinen Bosskampf schätze ich. Was habe ich sonst noch bekommen? Habe ich nicht sonst noch irgendwas bekommen? Ich habe komplett vergessen, was das andere war. Hallo, mein Freund. Todeswurzel war das andere. Ist wahrscheinlich für hier irgendwas, oder? Soll ich jetzt die Todeswurzel finden? Okay, wo ist die Todeswurzel? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, welche Boss die Nebelwand haben und welche nicht. Das ist sehr unabhängig von allem. Wird schon irgendwas gewesen sein, die Todeswurzel? Oh! Oh, ich stelle mich vor, mein Freund. Schweres Atmen. Keine Sorge, ich bin gut darin, Dinge auszulöschen. Das ist quasi mein Schicksal. So, wenn ich schon mal dabei bin, werde ich mir mal eben die wieder anders verteilen. Ich werde wenigstens zwei Magieflaschen mitnehmen. Gibt es eigentlich auch Sidequests? Ja, in den Dark Souls Spielen gab es auch immer Sidequests. Also, ich wäre... Und vor allem, wenn es ein Open-World-Spiel ist, wäre es sehr seltsam, wenn sie sich dazu entschieden hätten, die Sidequests loszuwerden. Totenwasserdorf. Au. Bleib da, wo du bist. Stirb. Nein! Das Gutstück fürs Portal laufen. Ja, 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 das gehen wir schon irgendwann hin. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Oh mein Gott, vielleicht ist es doch kein Hellebaden-Run. Ich meine, ich muss für die große Hellebade sowieso auf die Stats gehen. Oh, die Grabsense wäre so cool. Oh, die wäre so cool. Aber ich kann nicht so viel Zeug upgraden. Tragischerweise. Jetzt habe ich schon die Hellebade soweit angefangen. Was ist das wieder da? Ich glaube, hier waren wir schon. Ein guter Death's Touch Run. Das ist die legendäre Waffe von German. Unterschätzt das niemals. War ich da unten schon? Hey. Hey! Hey! Okay. Ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Ich bin nicht ganz überzeugt. Ich glaube, ich kann einen Fall überleben. Ich weiß es nämlich, ob ich ihn überleben kann. Wir haben jetzt den Zwiebelritter. Ich meine, wir haben den Bottich-Ritter. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Oh, bei den Gräbern sind immer die guten Runen. Eine Fünferhune! Oh, yes. Ich glaube, die Fünfer gibt 1500. 500. Oh, und da ist noch einer. Oh, und noch ein Zweier. Das ist das Leben. Dann haben wir noch einen Schädel. Der gibt auch eine Rune. Ich glaube, ich sollte über die Grabsteine weitergehen. Das Problem ist nur, ich glaube, ich kann nicht mehr nach oben. Wurde der erste Storyboss schon besiegt? Darüber reden wir nicht! Das war ein Run, in dem ich die DLC-Bosse gemacht habe. Das war ein Abenteuer. Kann ich so Fuß hoch, oder muss ich mit dem Pferd mit so einem Wirbel jetzt springen? Oh, nein. Ich glaube, es ist Wirbelsprungzeit. Nicht hilfreich. Weg! Okay. Pass auf. Wir gehen runter. Wir leben. Gut. Dann springe ich los. Das hat überhaupt nicht gereicht. Wie soll ich denn da rüberkommen? Oh, ich glaube, hier hinten kann ich hoch. Okay. Oh. Egal. Ich bin oben. Ich bin oben. Mittlerweile sollte ich den Boss besiegen können. Vielleicht. Wir haben auch eine Menge andere Dinge zu tun. Also, keine Eile. Vor allem kann ich meine Hellebarde noch auf plus drei bringen. Beziehungsweise, ich kann es aktuell noch nicht, aber ich werde es demnächst können. Grabsteine. Da vorn sind die Grabsteine. Ich denke, ich werde heute nicht allzu lange machen. Ich denke, ich werde noch bis zu 20 Uhr machen. Also, eine halbe Stunde sowas. Wir werden den Boss heute noch machen, okay? Erstens Objekt. Oh Gott, nein! Ich habe den dazwischen nicht gesehen. Das ist ein bisschen beängstigend hier gerade. Seitdem er vorhin über sechs Stunden gespielt hat. Ja, aber dann werde ich ja trotzdem nicht mehr so lange machen. Oh. Bezahlung. Warum, 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 warum kein vernünftiger... Oh mein Gott! Guter Wurf. Was zum Fick ist das? Ist das nicht die Meere? Oh nein, ist der Mausoleumswächter. Er ist hier, um uns zu holen. Triff doch! Oh mein fucking Gott! Wie schwer kann es sein? Okay. Das ist ein Bär, wie es aussieht. Bleib ganz ruhig, kleines Bärchen. Glaubt ihr... Was glaubt ihr, wie er zu Charme entsteht? Glaubt ihr, er ist eher dafür oder dagegen? Ich habe kein Shit-Magie-Bild gemacht, um es nicht auszunutzen, wenn ich die Gelegenheit mal habe, okay? Wenn ich die Gelegenheit dazu habe, dann werde ich das ausnutzen. Leute, ich habe gefragt, wie wohl ein No-Hit-Run im Spiel aussieht. Ich würde mal vermuten, ungefähr so. So sehen die meistens aus. Stolze Menge an Runen. Wie komme ich jetzt wieder weg? Fuck. Oh nein, wo kann ich hinspringen? Da oder da? Ich glaube, ich springe da unten hin. Ich habe ein bisschen Angst, aber versuchen wir es. Oh! Warum immer starker Feind? Oh, was? Au! Oh mein Gott! Ich kann hier nicht weg! Los! Ich hoffe, ihr habt keine Angst vor Skeletten. Denn die Jungs sind gerade aufgetaucht. Und sie können kein Erbarmen. Die Jungs haben auch einen Sperr, sehe ich gerade. Warum verschwindet ihr jetzt? Jungs, ihr könnt nicht einfach gehen. Warum blinken sie? Können wir nicht im Stich lassen. Ich brauche euch. Sie haben mich im Stich gelassen. Schmiedestein 2. Ich habe nämlich mal den Schmied dafür. Wahrscheinlich. Koffe eine große Libelle. Und ein paar von den Lilien. Hat der große Bär jetzt nichts gedroppt? Ich glaube, der Bär hat nichts gedroppt. Schwach. Oh, schwere Bestienknochen. Und Bestienblut. Bestienblut? Ich weiß, in welchem Spiel ich mich gerade befinde. Frisches von Gold durchzogenes Bestienblut. Material zur Erstellung von Objekten findet man durch die Jagd auf Fleischfresser. Dieses glitzernde Blut verdirbt nie. Oh, das ist immer frisch. War ich schon in der Tafelrunde? Ja. Die Tafelrunde haben wir durchaus aufgesucht. Oh, diese fucking Libellen. Ah, wenn ich zu der Ruine davon... Hallo, junger Mann. Kann ich dir helfen? Soll ich dir über den Fluss helfen? Ich will dir doch nur über den Fluss helfen. Okay. Mach, was du für richtig hältst. Dann hast du eigentlich den Schmied. Wie, dann habe ich eigentlich den Schmied? Habe ich eingedeutet, dass ich ihn nicht habe? Oder was? Ja. Was? Ich bin gerade sehr verwirrt. Achso, das ist der. Achso, der kann die Waffen auf plus vier bringen. Oh, verstehe. Ja, verstehe ich. Ich wusste gerade nicht, äh... Ich muss gerade erst mal die Informationen zusammensetzen in meinem Kopf. Ich habe ein bisschen gebraucht. Aber ja, guter Punkt. Oh. Hallo. Heilige Träne? Liebeversuchen. Hatte nicht erwartet, dass riesige Personen sozusagen Visionen von Liebhaber. Wunderschön, oh wunderschön. Umso mehr Achtung. Beine. Yeah. Umso mehr Achtung. Die Beine. Preise alter Mann. Ah, wunderschön. Ich preise alten Mann. Preist du alter Mann. Flasche der Wundersamen Arznei. Oh, davon hatten wir mal den Zettel. Kristalltränen findet ihr am Fuß niederer Erdenbäume und anderen Orten des Zwischenlandes. An Orten der Gnade könnt ihr zwei Kristalltränen in der Flasche der Wundersamen Arznei mischen. Das lässt sich Elixiere herstellen, deren Effekte ihr selbst bestimmt. Okay. Es werde Glück. Das heißt, ich kann jetzt Medizin machen? Wie mache ich das? Ich sehe hier nämlich nichts davon. Verleiht verschiedene Effekte. Ein Relikt des Arzneiapothekers, den Priestern des Erdenbaums. Entzieht die Kristalltränen, die sich erst nach vielen Monaten bilden, ihre Kräfte. Abhängig von der Zusammensetzung der Kristalltränen werden dem Trinkenden verschiedene besondere Effekte gewährt. Gut, weil ich einem Ort der Gnade aus dem Flasche jetzt aufzufüllen. Ah, okay. War ich schon bei Godric? Ich glaube ja, ich bin mir nicht sicher. Arzneimischung. Füllt Hälfte der gesamten LP auf? Ich schätze, es nehmen wir mit. Ich meine, warum nicht? Es ist eine zusätzliche Heilung. Ich werde von der seltenen Medizin naschen, wenn ich es für richtig halte. Vorsicht vor Krabbe. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Bitte nicht, bitte nicht kneifen. Nein. Nein. Das tut so weh. Nein. Nein. Das zwickt so sehr. Oh fuck, fuck. Das zwickt überhaupt nicht. Das tut einfach nur weh. Okay. Oh, er trinkt das super langsam. Er ist nicht gut. Und das ist das Meer, das wir nicht betreten sollten. Sion von Stille. Umso mehr. Wunderschön. Ah ja, ist ganz nett. Das ist ein netter Baum. Das erinnert sich auch mal im Garten. Den Weltenbaum. Außer von unendlich. Ja, 32 Monate. Resub. Wie viel lieben Dank. Ah, wie gefällt es dir bis jetzt? Ich war im Camp mit dem Spiel. Ich glaube, ich mag es aktuell wieder. Was ich aktuell übrigens noch suche, wären zwei von diesen kleinen Schmiedeteilen, damit ich meine Hellebade auf plus drei bringen kann. Und dann wäre ich bereit, mich ja nochmal dem Boss zu stellen und dann, ich glaube ich genug für heute geschafft. Das Problem ist nur, dafür fehlen mir noch zwei von diesen Teilen. Ah, die finden wir noch. Ah! Der Trick ist es, sich von seiner großen Klaue fernzuhalten. Dann kann ja nicht viel machen. Uh, schau ich das an. Das ist auch ein Regenbogen. Oh mein Gott. Das ist ein Spiel schwer. Ist auf jeden Fall nicht leicht. Okay. Streifen weißen Fleisches. Nicht ganz das, was ich suche. Oh, da ist noch ein viel größerer Baum. Da ist einer. Das ist der größte von... Oh mein Gott. Das Feuer ist nach wie vor deine stärkste Waffe. Ja, das wird so... Ich denke, das wird so noch länger bleiben, aber... Ich könnte die... Ich habe jetzt auch schon so viel Stufe 2 Upgrade-Teile gefunden, dass ich meine Hellebade... Ich denke, wenn ich sie erst mal auf plus drei bringen, kann ich sie dann... Vielleicht können wir plus fünf dann sogar gehen. Was, denke ich, ganz gut wäre. Was ist da vorn? Hallo? Ich will sie erst mal das hier mitnehmen. Das war's? Oh! Warte! Oh! 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 Oh nein, das ist ein Bär. Ganz ruhig. Fuck! Der Bär will nicht ruhig sein! Leiche plündern. Nein, wo ist der Typ hin? Der ist noch da. Er ist noch da. Der ist noch Witcher 3. Erzählt mir nichts. Könnte. In dem Punkt könnte es genauso gut Witcher 3 sein. Oh, oh. Ich will mich von dem riesigen Gorilla da mal fernhalten. Der den Baum abschabt. Ich habe nicht das Gefühl, er könnte genauso gut auch mich abschaben, statt dem Baum. Deswegen lassen wir ihn mal den Baum abschaben. Ich möchte nach Hause gehen. Oh, hallo. Dünne Bäschenknochen. Ich wünsche, ich könnte irgendwann mal was Brauchbares machen. Mit meinem Craftingzeug. Die alte Beschreibung müssen wir uns später nochmal genauer durchlesen. Oh, oh. Immer noch kein Kopf. Oh, oh. Immer noch kein Kopf. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Jungs, ich brauche eure Hilfe. Ich mache so wenig Schaden. Fuck! Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Gott. Oh, oh. Nicht das Skelett, Jungs. Das sind meine Freunde. Au. Wow. 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 Wie hat er diesen Skelett, Jungs, keinen Schaden gemacht eigentlich? Das war beängstigend. Wie stark seid ihr? Ja. Okay. Wer macht das hier? Langsam glaube ich, dass sie die lebenden Toten sind. Die Armee der lebenden Toten. Schmiedestein 2. Ich brauche Schmiedestein 1. Da ist keiner mehr. Da ist keiner mehr. Bin ich der König von Gondor oder so? Was, wenn dem so wäre? Dann kann ich euch nämlich sagen, ich weiß, wo Gondor war, als Sauron angegriffen hat. Okay. Wo ist das da oben? Wer heult hier? Zeige dich! Da ist auch ein Secret Room irgendwo. Schöne ich den an. Der hatte Angst. Ich bin kurz davor, es aufzugeben. Es ist auf der anderen Seite der Mauer. Auf der anderen, anderen Seite der Mauer. Ich glaube langsam, da ist nichts. Ich glaube langsam, ich bilde mir das alles nur ein. Goldene Rune. Ich glaube, es soll einem einfach nur den Weg zur Schatztruhe zeigen. Ich gehe jetzt. Das Sollen gehört zu einer Sidequest, die ich noch nicht aktiviert habe. Es erklärt ebenfalls einiges. Achstalisman. Oh, ich dachte, ich werde wieder weggeworbt. Verbessert aufgeladene Angriffe. Ich bitte darum. Die habe ich in letzter Zeit nämlich sogar tatsächlich verwendet. Weiß jemand, wo ich zwei Level 1 Schmiedesteine herbekommen könnte? Ich nehme mich nicht. Ist ja gut! Ich wüsste gern, wo ich welche herbekommen kann. Es kann nicht so schwer sein, welche zu finden, oder? Es ist schwer, welche zu finden. Beim Händler? Der Händler verkauft keine. Zumindest habe ich noch keinen gefunden, der welche verkauft. Du wirst geröstet. Spriesendes Horn. Meine am See? Ich weiß ja nicht. Oh, eine Mine. Im Anfallsgebiet gibt es eine Mine. Eine Mine. Hier, bei dem See? Ist bei dem See eine Mine irgendwo? Warte, ich sehe gerade hier auf der Karte, bin ich ganz kurz davor, auch was zu erreichen. Lass mich hier mal eben weitergehen. Meine haben wir das gesehen? Da ist was da vorn. Da ist was da vorn. Das würde ich mir ganz gerne noch anschauen. Oh oh. Die Halbmenschen wüten. Wollen wir sehen, ob sie gegen eine helle Bade wüten können. Ah, ich würde aber sagen, ich werde mal eben nach der, ähm, nach der Mine suchen. Gott, Leatherbs sind so teuer. Ich wollte gerade eben nur noch, äh, ziemlich gerne einen, äh, Checkpoint haben. Wie geht das? Wie geht was? Falscher Stream. Okay. Ist erklärt. Dann, dann ist, dann, äh, dann lasse ich die Frage mal als beantwortet gelten. Pff. Oh, ist die Mine das, wo wir ganz am Anfang schon waren? Dieses Kristallteil? Ist die Kristallmine gemeint? Zufälligerweise. Nein? Okay. Die konnte ich übrigens gerade ziemlich gut killen mit der, der helle Bade. So am Rande. So, die haben wir auf jeden Fall auch schon ein bisschen erkundet. Aber scheinbar nicht genug. Irgendwann werden die Ruinenfragmente für irgendwas gut sein. Oh, was ist das für eine Verbrennung? Ist das ein, äh, ist das ein kleines Lagerfeuer, was ihr da macht? Sieht nett aus. Oh, nein. Leute haben, äh, von Anfang an gefragt, war ich schon bei dem Drachen? Wenn jetzt nochmal jemand fragen sollte, wird meine Antwort Ja lauten. Ja, das war ich. Au! Nee, meine Skelette! Och, komm schon! Äh, oh, der ist fucking seltsam zu bekämpfen, kann das sein? Oh mein Gott, die Skelette stehen, oh, die Skelette stehen immer wieder neu auf. Mit dem Pferd ist er zehnmal einfacher. Ich weiß ja nicht. Kein gutes Typing dafür, glaube ich. Ich bin mir sicher, dass ein Pferd viel einfacher ist. Steht mir nicht falsch. Das gehört meine Skelette, Jungs, auf dem Gebissen. Gebt die wieder her. Die gehören mir. Stehende Libelle. Ist auf Englisch Dragonfly. Deswegen ist das eigentlich ziemlich lustig. Oh Gott, ich wollte durchrollen. Oh, was? Äh, fuck, ich habe gerade 3000 Runen verloren. Äh. Ich glaube, ich würde gerne woanders hingehen. Ehrlich gesagt. Hm. Ich vermute, die Mine ist da. Bei der Höhle. Denn mein Plan war eigentlich, den ersten Pflichtboss noch zu machen. Okay, jetzt nicht einfach, ups, anfangen den, äh, den Drachen zu grinden. Ey, Dracho, wird doch früh genug, Erwacho. War ich schon mit einem kleinen Erdbaum? Ich meine, ich war bei einem. Bei dem ich dann, ähm, eine zusätzliche Flasche bekommen habe, aber wahrscheinlich meinst du nicht das. Oh, oh. Oh, der Drache scheint dauernd noch sein Unwesen zu treiben. Kann ich hier runter? Yeah. Okay. Äh, ich gehe einfach mal hier entlang. Was ist hier? Oh, du. Lechter Krabbenspaß. Ich dachte, die werden unsichtbare Gegner oder so. Das war einfach nur eine Krabbe. Okay, das muss die Mine sein. Tunnel voraus, Aufzug voraus. Wenn das nicht die Mine ist, dann weiß ich auch nicht. Was eine Schere. Der Tunnel von Limgrave. Mr. Krabs viel schwächer als in Dark Souls 3. Yeah. Aber ich bin nicht zu traurig, deswegen. Muss ich ehrlich gestehen. Es ist eine Mine. Mir ist eigentlich egal, was das für eine Mine ist. Mir geht es nur darum, dass ich, äh... Ich brauche nur zwei, äh, kleine Steinchen. Und dann... Kann ich endlich meine, äh... Waffe ein bisschen upgraden. Und dann können wir den Boss machen. Oh, Schmiedstein Nummer 1. Oh, das ist die Mine. In Demon's Souls gab es auch eine Mine. Deswegen mag ich Demon's Souls nicht. Und ähnlich wie die Gegner an Demon's Souls haben, die eine ziemlich hohe, äh... Resistenz gegen, äh... Regulären Damage, wie es aussieht. Jo, die Spitzhacke! Oh mein Gott. Jetzt bekommen wir die ganzen coolen Waffen. Jetzt muss... Uh. Nicht ganz so cool wie Bloodborne, muss man fairerweise sagen, aber... Es ist ziemlich cool. Und jetzt... Bin ich weg. Kann ich... Warum kann ich von hier aus nicht... Ach so, ich kann hier von hier aus generell nirgendwo hinreißen. Ey, ich werde den Dungeon noch ein anderes... Ich werde ihn beim nächsten Mal machen. Ich werde ihn beim nächsten Mal machen. Ich habe nur noch ein gewisses, äh... Ziel für heute. Fühlst du noch Horizon? Ich habe es kaum gespielt. Ey, ich werde es noch spielen. Irgendwann. Das ist für sich aktuell nicht, weil ich, äh... Lust darauf habe. Tatsache, dass der Elden Ring, äh... Äh, äh, bereits ein weiteres Open-World-Spiel ist. Äh... Hilft nicht zu sehr. So, jetzt gehe ich zur Tafel der Gnade. Ich kann zur Tafel der Gnade. Oh, hallo! Oh, hallo! Oh, hallo! Du hast noch nicht gesehen, hast du? Na, nein, Rosh. Du machst das, was du möchtest. Nur so lange, dass er nicht sterbe. Hey! Hey! Okay. Meinst du, dass Menlo's of Horizon würde dich dafür nitschauen, wenn du müsstest? Ja, das habe ich gesagt, bevor ich eins von beiden Spielen gespielt habe. Oh, ho, 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 ho. Los geht's! Oh, wir können auf plus fünf? Nein, plus vier ist das, oder? Nein, es ist plus fünf. Oh mein Gott. Okay. Ich würde sagen, es ist an der Zeit. Plus 5 Helle Bade. Jetzt machen wir Damage. Und ich weiß zwischen, was ich von meinen Jungs halten soll. Ich denke, sie sind schwer in Ordnung. Au. Uncool. Damage ist nicht so hoch, wie ich mir erhofft hatte, ehrlich gesagt. Wenn er sie nicht nochmal angreift, werden sie wieder aufstehen. Ich glaube, er hat sie nochmal angegriffen, oder? Au. Mir fehlen meine Jungs. Vielleicht soll ich versuchen, wieder auf R2 zu setzen. Nein, war kein schlechter Schaden. Warum kann ich die Skelette nicht... Man kann die nur einmal pro Kampf holen. Die Lektion, die ich gerade lerne. Oh Gott. Okay, das war dumm. Skelette kann ich nur einmal holen. R2 oder L2 und R2 war eigentlich auch meine ganze Taktik bei diesem Kampf. L2 und R2. Ich meine, es ist wahrscheinlich nur eins von beiden. Wenn mein Talente gerade der wuchtige Ansturm wäre. Ich weiß nicht, wer hat es versuchen, obwohl es der wuchtige Ansturm ist. Nein. Macht okay, den Schaden. Nicht gut, aber ist okay. Oh. Oh. Oh mein Gott! Oh! Der hat zwei! Das ist quasi Bloodborne an dem Punkt. Skellingtons! Nein! Dir wird leid tun, was du uns gerade angetan hast. Mir wird es leid tun! Mir wird es leid tun! Mir tut es leid, was ich dir gerade antue. Dir wird es leid tun. Oh, der gute Angriff. Fuck! Yes! Kämpfe! Töte für mich! Oh Gott! Wir haben ihn! Wir haben Margit! Ich tu doch Zeit! Okay, wie sie aussieht. Funktioniert das Spiel so, dass man... Ich habe das Gefühl, dieser Kampf soll einen beibringen, dass man seine fucking Summons nutzen sollte. Das habe ich gelernt inzwischen. 12.000 Runen? Ich dachte gerade, dass er ein Buch liest. Seht ihr das? Ich dachte mir, oh! Unser Gläubiger! Gläubiger ist das falsche Wort, aber... Er ist so... Er ist einfach ein cleverer Typ. Er ist so vertieft in sein Buch. Aber nein, es ist einfach nur seine Robe. Es sieht aus, als würde er ein Buch lesen. Das erheitert mich. Ich ziehe mir die zwei noch schnell rein. Das Fünfer behalte ich. Und dann werde ich ja ein paar Level-Ups machen. Ich glaube, Geschick von 14 habe ich für die eine Waffe gebraucht. Für das super-duper-Kleriker-Schwert. Ja, Decks 14. Noch ein bisschen Stärke. Wo ist denn die Waffe her? Meinst du die Hellebarde? Die? Äh, die hat so einen Händler verkauft. Der war... Schön, wo war er denn? Er war hier. Da, wo ich die Markierung gesetzt habe, da ist der Händler, der die Hellebarde verkauft. Nicht sicher, ob sie eine gute Waffe ist, aber... Ist okay. Quale kann ich dir auch empfehlen. Warte, nein. Pass mal auf. Die Skelette. Die stehen wieder auf. Wenn sie nicht eingegriffen werden, werden sie am Boden liegen. Die Skelette sind... Das sind meine Jungs. Aber gut. Ich würde sagen, wir sind erst mal fertig.